Hallo, liebe Leute und herzlich willkommen. Hallo, hier sind wir draußen. Happy. Hooray! Würfel auf der Kante lang. In Visura. Knopf drücken. Hinzelt man. Er hat mir noch epic gedrofft. Ippi, ippi, haa. Fröhlicher da. Ach, siehend, was? Mein Geil, so traurig. Plastologie. Hütti! Doch nicht. Und ein herzliches Hallo an alle Zuschauer hier bei der 11. Ausgabe des GateNews.de Podcasts. Ich bin Chronic. Das da, wieder falsch. Das da ist Sputti. Allelo. Und wir haben heute nicht ganz so viel wie beim letzten Mal, was ich glaube einige Leute sehr glücklich machen wird. Darunter befinden uns auch wir. Der letzte Podcast war einfach viel zu lang. Viel, viel zu lang. Der war ein gutes Stückchen zu lang. Das muss man einfach eingestehen. Ja, das stimmt. Ja, diesmal sind wir nicht mit ganz so viel dabei. Wir sagen das öfters, dass der heute nicht so lang wird. Und dann letztendlich stehen wir wieder bei, keine Ahnung, zwei Stunden oder irgendein Unsinn. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass wir es diesmal in einem moderaten Zeitraum platzieren werden. Und wenn wir schon drin sind, kann ich euch auch gleich mal die Übersicht geben. Und jetzt, wo ich dran denke, bevor ich sie einblende, ich glaube, ich habe noch die alte Übersicht drin. Die muss ich dann kurz erneuern. Ihr kennt das ja, ne? Nein, nein. Das ist die richtige. Ich habe die richtige. Das ist ja unglaublich. Also, an alle, die jetzt momentan den Wort auf YouTube schauen, ihr habt die Möglichkeit, auf die einzelnen Punkte zu klicken und werdet dann direkt zu dem Zeitpunkt gebracht, an dem wir darüber reden. Da macht sich der Werte-Sputti die Arbeit und verlinkt das alles für euch. Ja, immer gerne. Und heute haben wir, wir fangen an mit ein bisschen internem Kram. Da ist als erstes ein wenig, nein, warte mal, das ist doch das alte Werte. Nur im letzten auch Schlag den Chronic. Verdammt! Ach, ihr kennt das ja da draußen, ne? Wenn einmal in einem Gate-News-Stream was funktionieren würde, dann wäre es nicht der Gate-News-Stream. So, hier haben wir das Neue. Also, wir fangen an mit Schlag den Chronic, genau wie beim letzten Mal, wie es so aussieht. Dann haben wir einige Infos zur RPC, zu Gate-News auf der RPC, genauso wie Gate Wars 2 auf der RPC. Dann gehen wir über zu den News natürlich der Patch wieder, das große. Zudem mal erst PvE, dann BVW, dann PvP. Das Wichtigste in Gate Wars 2. Dann haben wir das ein bisschen so mysteriöse Sachen zum LFG-Tool und einem Skyhammer. Wir sagen euch nochmal nicht, wobei es sich darum handelt. Gar nicht, weil wir überhaupt keinen Plan haben. Aber, naja. Dann geht es ein bisschen um Beginner-Streams. Eine kleine Sache, die wir gemacht haben und noch planen. Da wollen wir mal eure Meinung auch noch dazu hören. Dann das PvP-Roundup. Dieses Mal auch ein wenig kürzer, ein wenig besser strukturiert, hoffe ich. Dann wie immer der Vor- und Bockmiss der Woche. Haben wir diesmal auch wieder was. Und 5 Gold in einer Minute. Wo ihr eine Frage erst im Chat beantworten müsst. Später, die werden wir vor dem Vor- und Bockmiss stellen. Mhm, genau. Vor dem Vor- und Bockmiss stellen wir euch eine Frage und dann könnt ihr die im Chat beantworten. Und der erste wird zu uns dann in den TS geholt und hat die Chance, in nur einer Minute 5 Gold zu machen. Wenn das mal nicht ein Stundenlohn ist. Wenn ihr alle Fragen richtig beantwortet. Aber da kommen wir nochmal drauf zurück. Und dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal mit Schlag den Chronic. Alex, schlag mich. Ich schlag dich. Warte mal, ich müsste jetzt überlegen, wir müssen schlagen in die hier, ne? Bam, ne? Nee, falsch. Verdammt. Du lachst mich immer aus, wenn ich das nicht schaffe. Okay, alles klar, alles klar, okay. Und zwar, Schlag den Chronic, genau. Das war am Sonntag unser kleiner Livestream, den wir uns so zusammengeschustert haben. Könnte man fast sagen. Es war eine Mischung aus Guild Wars 2, aus lustigen Guild Wars 2 Disziplinen, angehaucht von Schlag den Raab, übergegangen in unsere ganz eigene Mischung, wie ich finde. Und wie ich finde, auch verdammt gute Mischung. Denn Schlag den Chronic hat mir als Moderator, muss ich hier sagen, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Domi, das weiß ich, hat auch viel Spaß gemacht. Mir als Teilnehmer auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann hängt es eigentlich noch an den Zuschauern. Dann haben wir den Trifactor. Genau, und die Zuschauer waren mit bis zu 89 Zuschauern und niemals unter 70, oder nahezu niemals unter 70 nach dem ersten Spiel, schienen die wohl auch begeistert zu sein. Und darum können wir so als Fazit daraus mitnehmen, dass es genial war eigentlich. Definitiv. Also für alle, die es noch nicht gesehen haben, da kann man einmal sagen, wir haben den Wort natürlich auf dem YouTube-Kanal, youtube.com. Und auch auf guildnews.de werdet ihr den finden. Da kommt man nicht dran vorbei. Das ist einfach das Ereignis des Millenniums, welches wir wahrscheinlich jeden Monat wiederholen werden. Ich weiß nicht, ob ich so schlecht spiele. Ja, oder alle zwei Monate. Aber auf jeden Fall werden wir es wiederholen. Denn ich muss mich jetzt genau, Spoiler Finger. Warte mal, sieht man das überhaupt? Ich habe gerade hier was überdeckt mit dir. Spoiler Finger. Für die, die es noch nicht gesehen haben, jetzt kurz muten, bis der Finger wieder runter geht. Ich habe aufs Maul bekommen. Zwar nicht ganz so stark, wie es mit den Punkten aussieht, weil letztendlich die Spiele waren immer ganz knapp. Aber ich wurde trotzdem geschlagen und das lasse ich nicht auf mir sitzen. Deshalb will ich eine Chance, mich zu rächen, meine Ehre zu verteidigen. Welche Ehre? Du hattest nie eine Ehre, Dominik. Niemals. Du wirst auch nie eine haben. Also, man muss ja wirklich sagen, Vanitas kam für mich eigentlich auch so ein bisschen eher in der Underdog-Rolle, weil, ja, wobei kann man auch nicht so richtig sagen. Eigentlich wart ihr relativ ebenbürtig auch so in meinen Gedanken, so jetzt so in Retro-Perspektive, weil Vanitas ist nicht schlecht im Spiel und hat einen Ticken mehr Lore-Wissen. Das heißt, es hätte die Spielprobleme wieder ausgeglichen. Trotz allem hast du überraschenderweise auch Lore-Spiele für dich gewonnen. Umgekehrt, Vanitas hat auch praktische Spiele gegen dich gewonnen. Ich habe teilweise Lore-Spiele gewonnen und bei Ingame-Spielen verkackt. Also genau das, was man nicht erwartet hätte. Genau, ja. Aber es war allgemein extrem lustig, extrem unterhaltsam. Genau, dann kann ich, denke ich, mal den Spoiler-Finger wieder runternehmen. Genau. Sehr schön. Ja, das Fazit zu allem, es war extrem spaßig, extrem unterhaltsam und wir werden es auf jeden Fall extrem wiederholen. Hoffentlich dann wieder mit der nicht großen Zahl von Zuschauern. Hoffentlich. Gut. Ja, das war es so zu Schlag den Chronic. Gehen wir mal über, wir sind immer noch so ein bisschen im internen Kram. Und zwar zu den Viewer-Zahlen. Da hatte ich so ein kleines lustiges Bild so gepostet. Ich weiß, du bist ja nicht, Dombie, hast du es gerade zufällig ready? Ja, das kann ich mal eben kurz einblenden. Ich gehe da, das habe ich ganz konkret, da habe ich mit voller Absicht so gemacht, dass ich die Zahlen vorne weggecutt habe. Das heißt, ihr seht nicht, welche Zahlen da schlussendlich stehen, wie viele Besucher wir haben. Aber ihr seht halt die Tendenz. Und die Tendenz spricht eindeutig für uns, auch wenn die Podcast-Zuschauer gerade nicht vor uns sprechen. Aber gut, es ist Mittwoch, es ist nicht der Podcast-Tag. Es ist der Tag auf den Feiertag. Und gut, es regnet, das spricht eigentlich für uns. Aber allgemein sieht man halt die ganz klare Tendenz nach oben. Und zwar nicht wenig. Die Viewer-Zahlen haben sich vom Beginn an fast verdreifacht. Das alleine ist ein verdammt gutes Zeichen. Das ist der komplette Durchgang von Guild News, ne? Das ist der komplette, genau. Es ist der erste Tag vom Release fehlt. Der musste ich wegschneiden wegen der Zahlen. Und ansonsten ist das der bis hin zum Montag, die Zahlen. Was war denn da, ich weiß nicht, ich schätze mal so der 15. Mai oder so? Oder der 16., 17. irgendwas da? Ich kann mal kurz auf die Peaks eingehen, wenn du möchtest. Der 19. März war der Tag, an dem Ramon uns auf Twitter erwähnt hat. Oh. Das ist so der erste kleinere Peak. Der zweite, etwas größere Peak war der 1. April. Und das waren die Guides zur Super Adventure Box, die das rausgerissen haben. Dann das erste, der erste, das erste richtige, richtige Hoch. Das ist so Ende April, Anfang Mai gewesen. Das war unser Turnier. Auch die drei Tage davor erklären sich natürlich so ein bisschen durch diesen Turnier-Hype. Ach so, ja, dann hier. Und der Tag, der da noch so hoch ist, ist ein Tag nach dem letzten, also vorletzten Patch. Jetzt der letzte Patch war ja vorgestern? Nee, gestern. Gestern? Gestern war der letzte Patch. Gestern, ja. Und der Patch davor, also quasi vor genau 15 Tagen, oder beziehungsweise vor 14 Tagen, weil der Tag danach war wegen der Guides zum Patch unglaublich erfolgreich. Hm. Nicht schlecht. Und ansonsten hat sich das jetzt so die letzten Tage sehr konstant gehalten. Heute ist übrigens auch wieder, wir haben jetzt schon die Viewerzeilen von Montag. am heutigen Tag, wieder Tag nach dem Patch-Tag ist unser Tag, muss man sagen. Nice. Also man kann da wirklich sehen, das ist immer so ein ganz leichtes rauf und runter, dann haben wir unsere Peaks, aber generell eine schöne Steigerung. Das, was am Anfang noch ein Peak war, ist jetzt Standard. Ist schon weit über Standard. Weit über, ja. Ja, doch. Äh, weit unter Standard. Der Standard ist da weit über. Ja, ich bin auch sehr, sehr zufrieden. Schön. Damit muss ich persönlich sagen. Ja, soviel dann auch schon zu den Viewerzahlen. Wir wollen ja so langsam auch Richtung News wandern, aber haben noch eine letzte kleine interne Sache und auch gleichzeitig externe Sache. Das heißt, wir haben wieder den perfekten Übergang geschafft quasi. Habst du stolz drauf, oder? Ja, da bin ich, ich bin immer stolz auf sowas. Die RPC, die dieses Wochenende ansteht, das heißt übrigens für Domi und mich, Domi und mich, Megastress, nee, du bist immer auf der Regalseite. Ich bin auf der rechten Seite von dir aus. Ja, meine Regalseite, sag ich ja. Ach so, Regal. Für uns beide bedeutet das eigentlich fast mehr Stress als Spaß. Muss man sagen, ich glaube, du kommst, du kommst Freitagabend hier an, wir müssen Samstagmorgen früh aufstehen, kommen Sonntagnacht nach Hause und du fährst Sonntag und Mittag schon wieder nach Hause. Ja, aber die Zwischenzeit wird die unterhaltsame. Ja, also der Samstag wird extrem lustig. Die RPC fährt übrigens in Köln statt, für den Fall, dass ihr das nicht wissen solltet. Ich möchte mal sagen, das Problematische bei der Sache wird, die Zeit zu füllen in den drei Stunden Zugfahrt hin und zurück. Das wird lustig. Drei Stunden Zugfahrt, weil ich die Hälfte der Strecke mit der Bimmelbahn fahren muss. Ich kann dir, ich könnte dir empfehlen, dass du ein internetfähiges Handy dir noch organisierst. Habe ich nicht. Ja, siehst du, da kommen wir schon wieder zu einem Problem, das nur du hast in dieser Welt. Ja, ich bin wirklich inzwischen, glaube ich, der Einzige auf der Welt, der kein Smartphone hat. Ja, das ist eine traue Geschichte. Aber gut, wir wollten eigentlich mal ursprünglich zur RPC kommen und nicht zur Geschichte, was für traurige Bahnfahrten du vor dir hast. Die RPC, Roleplay Convention übrigens, auch da haben mich alle gefragt, was ist das RPC? Roleplay Convention, ja, oder Rollenspieler-Convention, Zusammenkunden. Messe. Ja, Messe, Messe, ja, Rollenspielermesse. Und da scheinbar neben dem klassischen LARP zum Rollenspiel auch Gidwoss 2, WoW und andere MMOs gehören, haben wir da erst recht, was zu suchen. Und gut, ich werde mich jetzt persönlich nicht verkleiden. Domi, du, glaube ich, auch nicht? Nee. Also Cosplay ist jetzt nicht unser Ding. Nicht so der Verkleide. Was halt mehr unser Ding ist, ist darüber berichten und daran so ein bisschen teilzuhaben. Und weil wir auch so ein bisschen eure Gesichter kennenlernen möchten, oder ich, Domi, ist das eigentlich wieder mal relativ wurscht, aber ich fand das schon auf der Games Convention damals noch im Trikot von Benny.eu recht interessant, die Leute zu treffen, die so hinter der Community stehen, beziehungsweise die die Community repräsentieren in dem Fall. Oder die die Community sind. Und darum haben wir beschlossen, dass man sich einfach mal um 12 Uhr... Die offiziellen Repräsentanten. Genau. Ambassador of Community. Wir nehmen jetzt sechs Leute von euch und ihr repräsentiert unsere gesamte Community, egal was kommt. Und mit einem Mädchen darunter haben wir ein Sechstel unserer Community weiblich. Das wäre zufällig zu. Und so verhunzt man Statistiken. Statistiken, richtig. Also 12 Uhr, darum ging es. Guild Wars 2, beziehungsweise ich bin nicht so ganz sicher, ob es einen Guild Wars 2-Stand direkt gibt, aber es gibt einen Buff-Stand. Da wird auf jeden Fall die Guild Wars 2-Show-Gedöns stattfinden. Am Samstag um 13 Uhr wird da irgendwas gezeigt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was. Aber es soll für Leute, die schon intensiv Guild Wars 2 spielen, nicht so spannend sein, hieß es da im Vorfeld. Aber wir sehen uns das natürlich an. Treffen da auch unseren guten Ramon, den Community-Manager der deutschen Fraktion. Also uns. Und ja, mal schauen, was da so geht. Und weil wir uns gedacht haben, Mensch, wenn wir eh da um 13 Uhr sein wollen, können wir uns ja so zwischen 12 und 12.30 Uhr mit euch treffen. Und mal so ein bisschen rumschauen, mit den Leuten schnacken. Und dann um 13 Uhr uns den Spaß ansehen. Und das viel Spannendere, danach, nämlich nach der RPC, auf diese kleine Community-Feier zu gehen, zu der wir natürlich sicher eingeladen sind. Und zu der ihr euch auch einladen lassen könnt, sofern ihr euch meldet bei den Guild Wars 2-Leuten. Sind noch ein paar Plätzchen frei. Ich weiß nicht, nach welchem Kriterium wir gehen. Zufall, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich würde mal zur Vorsicht, wer zuerst kommt, mal zuerst machen. Und da früh auflaufen und dann sich so ein Ticket abholen für die Community-Feier danach. Denn, glaub mir, ich habe die bei der Gamescom mitgemacht. Und die bei der Gamescom war geil. Richtig geil. Also richtig geil. Wir hatten kostenloses Futter, kostenlose Getränke. Es wurden Sachen verlost. Was für Getränke? Hä? Was für Getränke? Hier. Whisky? Ich glaube, weiß ich nicht. Ich habe jetzt keinen Whisky bestellt. Die liefen da mit Tablets rum, voller Cola, Bier und sonstigen Sachen. Also habe ich mir einfach Bier genommen. Und auch so allgemein, so das ganze Ambiente, das war dann, glaube ich, im Hardrock-Café in Köln. Das war echt, echt, echt cool da oben, muss ich sagen. Dann hatten sie halt noch Preise dabei. So ziemlich für jede zweite Person ein. Und am Ende so eine Goodie-Bag. Allein schon für diese Goodie-Bag. Da war diese Char-Plüschi und das T-Shirt da hinten drin. Und das alleine war es schon wert, irgendwie da gewesen zu sein. Ich brauche eine neue Tastatur und ein neues Mauspad. Habe ich denn Chance? Ja. Ich habe letztes Jahr eine Maus abgestaubt. Tastaturen waren da. Collectors Editions waren da. Ein riesiger... Ich hätte so gerne... Da war so ein riesiger Logan und so ein riesiger Ridlock-Pappaufsteller. 1,80 Meter groß irgendwie. Und den hat Wartower gewonnen. Schade eigentlich. Und dann haben alle Seiten drauf unterschrieben. Das weiß ich noch. Alle Leute von allen Seiten drauf unterschrieben. Da steht heute noch Sputti von Wendin EU drauf. Und den hätte ich auch gerne. So ein Pappaufsteller in meinem Zimmer. Der würde dann immer so hier neben mir stehen. Das wäre ein Mörder. Neben dir, nicht hinter dir? Nee, so neben mir so. Ich würde immer so Buddy umarmen. Da wäre der aber nicht in der Kamera. Ja, dann hole ich ihn halt ein bisschen näher ran. Hier so. Auf deinen Schoß. Oder das. 1,80 Meter groß wird schwer. Aber es geht ums Prinzip. Und das Prinzip ist, es wird geil. Und ich hoffe einfach, dass wir so ein paar Leutchen von euch treffen da. Das wäre auch ganz geil. Eigentlich haben wir damit jetzt auch schon den Teil von Guild Wars 2 besprochen. Denn die haben da um 13 Uhr irgendwas Lustiges in, eine lustige Show vor. Dann Ramon wird die ganze Zeit da sein. Vermutlich auch der Franzose und natürlich Martin Kehrstein. Der Franzose. Der Community Manager. Ja, ist der Fahre Lopresti. Ja, der Franzose. Ja, und die könnt ihr so ein bisschen anquatschen. Auch glaubt mir, die sind echt locker. Also wer da hingeht und sagt mal, wann kriege ich endlich Rollkäferrennen, Alkohol, Drogen im Spiel? Keine Ahnung. Dann beantworten die euch das. Haben wir jetzt eigentlich das Problem mit unserer nicht vorhandenen Kamera gelöst? Ich habe noch keine Kamera. Ich werde meine, ich weiß nicht. Also wie gesagt, meine Schwester hat so eine 9 Megapixel Digitalkamera. Auf der wird es wohl enden. Videos damit... Wie viele Megapixel? Neun. Och, so annehmbare Videos müsst ihr doch schießen, oder? Meine Kamera, meine Handykamera hat 10 Megapixel. Aber gut, das ist egal. Ja, eine Handykamera hat aber kein vernünftiges Video. Also 90% der Fälle. Das ist richtig. Also wir werden das irgendwie... Schon schaukeh das Kind. Ansonsten gibt es halt nur Fotos von uns. Das wäre auch ganz lustig, denke ich. Ja, aber ich denke mal, wir machen da doch jetzt ein Interview dann mit Ramon, oder? Machen wir das? Ich dachte, wir machen das. Hattest du das nicht mehr gesagt? Ich hatte mir überlegt, dass man sowas machen könnte, aber A kam dazu keine Fragen und... Dazu können wir vielleicht nochmal aufrufen. Ich habe mir nämlich schon mal eine Frage notiert, die ich auf jeden Fall fragen muss, weil ich nicht wüsste, wo ich das sonst herbekomme. Und zwar, in welcher Sprache Krone etwas Anstößiges hieß? Erinnerst du dich an die Story? Dass Lorbeeren ursprünglich Kronen heißen sollten, aber... Ja, stimmt. Also Laurel's Crowns, aber in irgendeiner Sprache hieß es was Anstößiges. Ich habe gestern nochmal Chinesisch durchgeguckt. Tut's nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Okay, ja, also ich weiß es auch nicht, was daran das Problem ist, aber das wäre natürlich eine interessante Frage, aber ich glaube wohl nicht, dass er das beantworten kann. Also wie gesagt, das ist immer das Problem. Was beantwortet Community Manager und was nicht, weil sie sind keine Entwickler auf der einen Seite, das heißt, sie sind nicht so vorbereitet, auf der anderen Seite dürfen sie nicht alles sagen. Deswegen sind so Interviews mit Community Managern immer problematischer, aber wir organisieren vielleicht mal in nächster Zeit was mit Entwicklern. Ich habe da schon auch so einen Plan, sage ich mal. Naja, aber komm, was wolle, die Frage werde ich stellen. Ja, klar, also falls ihr Einzelfragen habt, wir müssen daraus jetzt ja kein großes Interview machen, aber falls ihr Einzelfragen habt, schickt sie mir an spotty-at-geht-news.de. Wir werden sie auf jeden Fall stellen. Mehr als nichts. Könnt ihr einmal in den Chat schreiben. Genau, du schreibst in meinen Chat. Ich gehe mal über schon mal zu den News, ehe die Leute sich hier vollkommen langweilen. So, dahin die Fragen. Genau, Patch Notes. Damit fangen wir an, weil wir wollen halt generell... eine Übersicht über den Patch geben, arbeiten so ein bisschen die einzelnen Themen ab und ergänzen so ein paar Dinge, die wir nebenbei aufgeschnappt haben. Wir fangen an mit der lebendigen Geschichte, beziehungsweise dem letzten Gefecht auf Südlicht. Dabei geht es uns darum, mit Inspiktoren Kiel den Schurken Kanach aufzuspüren, der hinter den angestiegenen tierischen Aggressionen und den zielgerichteten Angriffen auf die Siedlung des Konsortiums steckt. Kanach! So viel mal so ein bisschen zur Lore. Kommen wir so ein bisschen mehr in das Praktische. Es gibt neue Insel-Meta-Events, beziehungsweise so Hype zumindest. Es wurden ein paar kleinere Events ergänzt, aber es kommt noch ein richtig großes Meta-Event mit der Kaka-Königin. Da gehen wir später drauf ein. Es wurden vier neue Gegenstände der Südlicht-Bucht hinzugefügt. Der Mini-Riff-Rider, das Souvenir des Händlers, das Amulett des Händlers und der Ring des Händlers. Jeweils exotische Dinge mit Zähigkeit, Heilung und Zustandsschaden. Den Mini-Riff-Rider kann ich, wenn ich das vernünftig hinkriege, jetzt durch meine Ordner zu finden, auch mal kurz zeigen. Ja, kannst du gleich mal machen. Ich werde weiterreden. Natürlich sind die alten Dinge, die im Patch mit drin waren, nicht raus aus dem Spiel. Das heißt, es gibt noch weitere Events, sowohl auch gegen die Siedler, die sich so ein bisschen missverstanden fühlen, als auch gegen anrückende Wildtiere und was auch immer. Das heißt, die Party ist immer noch da. Und wir haben zwei neue Instanzen dazu bekommen. Oder eine Instanz im Story und im Explorable-Mode. Da beginnt es Kanach im Einzelspieler und gegen den Golem von Kanach, Inspektor Null, wie er ihn nennt, im Forschungsmodus und im Explorable-Mode. Das hast du übrigens Neul gesagt im Video. Echt? Habe ich Neul? Ich meinte aber Null. Du hast Neul gesagt. Nein, du hast irgendwie, hier heißt er Null, eigentlich aber, glaube ich, Null, meintest du. Nein, tut er nicht. Ja, der Inspektor, ja, ja. Ja, ich habe ein bisschen gebraucht, um zu checken, dass dahinter gar nicht der echte Inspektor neu steckt. Wobei, da können wir gleich mal so ein bisschen lorttechnisch drauf eingehen. Ich der Meinung bin, dass da auch noch was kommt. Also wir haben, wie gesagt, im Story-Mode Kanach Solo und im Explorable-Mode quasi mit fünf Leuten den Golem-Inspektor Null. Interessant, dabei ist, glaube ich, die Schwierigkeit dieser beiden Dungeons. Ich habe das Ganze mal in Video-Guides verpackt, falls ihr das Dungeon noch nicht angegangen seid. Einmal im Story-Mode Solo und einmal im Explorable-Mode mit einer netten Fünfergruppe, unter anderem auch mit dem lieben Dominik, hier neben mir. Haha. Jetzt habe ich es mit der Bücherseite. Und da werdet ihr sehen, die Dungeons sind eigentlich, wenn man einmal so den Dreh raus hat, gar nicht so schwer. Das spricht auf der einen Seite nicht unbedingt für die Dungeons im Vergleich zum Beispiel zum Flammen- und Frost-Dungeon, das ich persönlich extrem genial fand. Aber ich fand es jetzt auch nicht so dramatisch, wie es zum Beispiel manchmal im Forum dargestellt wurde. Ja, im Prinzip. Ich habe das hier gerade mal an der Seite eingeblendet oder unter uns hier. Bei mir ist es immer auf meinem Bildschirm. Ja, ja. Da dein Video kurz jetzt mal auf 360p, damit es auch bloß nicht stockert, egal was für Faxen mein Internet macht. Okay. Also ihr seht, da sind wir jetzt bei dem Golem im Explorer-Mode und ich würde euch halt empfehlen, falls ihr irgendwann mal Probleme mit ihm gehabt haben solltet, einfach einmal schnell in das Video reinzuschauen. Ist sowieso nie verkehrt, in meine Videos reinzuschauen. Ach, das ist sogar die Aufnahme mit mir. Ja, ja, genau. Ich dachte, du hättest die davor genommen. Nee, nee, die davor war schrecklich. Ja. Ja, und im Prinzip war es das soweit schon zum Unterschlupf. Du sagst, schaut selber mal rein. Das ist recht interessant und wie gesagt, wenn man einmal den Dreh raus hat, auch recht easy. Interessanter wird es nochmal bei der Kaka-Königin, denn da gab es einige, ich nenne es mal netten Missverständnisse. In den Patch-Notes stand schon was von der Kaka-Königin, die man bezwingen kann und so weiter und so fort. Das ist definitiv noch nicht der Fall. In der ursprünglichen Ankündigung stand 4. Juni und dabei ist es auch bis heute geblieben. Das heißt, wenn ihr die Kaka-Königin noch nicht besiegt habt, ist das recht logisch, denn sie ist noch gar nicht da. Also am 4. Juni geht das Ganze los. Das ist quasi nochmal ein End-Event, so wie ich das zumindest sehe, aber ein End-Event, das bleibt. Und zwar auch außerhalb der lebendigen Geschichte. Und da kommen wir zu einem interessanten Teil, denn die Kaka-Königin wird ein weiterer neuer World-Boss werden. Das heißt, es geht so in die Richtung Jormark, Tickwaddle, Chattera und so weiter. Es gibt eine Boss-Truhe. Echt in die Richtung, nicht mehr so Fire-Shamen? Ich weiß nicht, welche Richtung es von der Schwierigkeit und von dem Spaß geht, aber die Idee dahinter ist halt, es ist ein Boss. Er kommt regelmäßig, wobei es sich hierbei nach Event-Ketten richtet, dem sogenannten Meta-Event auf der Insel. Wir kennen ja schon einige Meta-Events. Beim Chattera zum Beispiel gibt es zwei Pre-Events. Danach kommt erst das Haupt-Event. Und so ähnlich wird das wohl ablaufen. Hierbei geht es darum, die Siedlung zu befreien. Wenn alle befreit sind, kommen wir zu einem Event und danach kann die Kaka-Queen kommen. So heißt es zumindest offiziell. Was genau mit kann gemeint ist, ist ja an der Stelle die Frage. Vielleicht ist kann nur eine Bezeichnung für, wenn es erfolgreich war. Also ja oder nein. Oder dass nur eine Chance besteht, dass die Kaka-Königin kommt. Was es ein bisschen spannender machen würde, muss ich sagen. Alle Leute würden zu dem Meta-Event kommen und Anelda-Badge gibt keine Kaka-Königin. Das ist aber fies. Ansonsten läuft es halt ab von der Belohnung her wie so ein Boss. Es gibt eine Boss-Truhe, da findet ihr einen gelben Gegenstand drin. Und ansonsten gibt es nur sinnlose Gegenstände aus der Truhe raus, wie bisher auch. Die Precursor-Chance bleibt da genauso wie bei jedem Mob, den ihr tötet, bei jedem WVW-Spieler, den ihr tötet, bei jeder Truhe exakt gleich. Außer es sind diese komische Einserfliegen oder sowas, die nichts droppen. Ja gut, klar. Sachen wie One-Hits sterben, droppen nichts. Ist selbsterklärend, aber ich wollte dich aus irgendeinem Grund mal berichtigen. Alles klar, okay. Also soviel zur Living-Geschichte. Neues Dungeon, ein paar neue Events, nichts gravierendes. Kaka-Königin, Meta-Event, das wird ein bisschen spannender. Und das bleibt vor allem ewig. Das heißt, wir haben eine dauerhafte Veränderung in der Südlichbucht und vielleicht auch endlich, endlich, endlich mal ein bisschen mehr Leben da. Seht mal, das ist eine Sache, die hat da gefehlt. Jetzt auf jeden Fall, während der ganze Kram mit der Living-Story da läuft, ist da ja ganz gut was los. Ganz da mit der Überlauf. Die meiste Zeit Overflow. Was dann und wann in Livestreams mal Probleme liefern kann. Das ist wichtig. Ich möchte einmal ganz kurz auf ein paar Fragen im Chat eingehen. Ich habe das jetzt ein bisschen nach hinten geschoben, aber auf zwei, drei Dinge wollte ich einmal schnell eingehen. Und zwar, das eine war, gibt es auch ein Gate-News-T-Shirt? Bisher noch nicht, aber für die Gamescom haben wir sowas in der Richtung geplant. Das auf jeden Fall. Dann hatte ich hier den Punkt, was halten wir von 2.000 Games für 19,90 Euro? Das ist ja das Angebot von Online-Keeshop.de, die ich gerne nochmal erwähne, vor allem für den netten Preis bei Schlag den Kronik. 19,90 Euro für 2.000 Games. Man zahlt bei ArenaNet selbst im In-Game-Shop 20 Euro für 1.000, äh, doch 20 Euro für 1.600 Games. Bei unserem Sponsor-Online-Keeshop zahlt man für 2.000 Games nur 19,90 Euro. Was zum einen, darauf beruht, darauf beruht eh jetzt wieder hier irgendwelche Gerüchte aufkommen, dass sie diese Keys in größeren Massen kaufen und dass das im Gegenteil zum Beispiel zur Ladenversion, in der Ladenversion sind das 22,95 Euro, glaube ich, bei Saturn, sich die Verpackungskosten sparen. Und deshalb können die das zu so einem Preis von 19,99 Euro anbieten. Und was ich davon halte, glaube ich, erklärt sich so ein bisschen von selbst. Ist ein gutes Angebot. Und, ähm... Joa, sonst würden die uns nicht sponsern. Genau. Schlechte Angebote, egal wie gehen wir uns verkaufen würden, sowas machen wir nicht. Genau, genau, ganz genau. Dann haben wir diese Dinge auch mal schnell geklärt. Neue Features und Inhalte im World vs. World. Da wird es noch mal ein bisschen spannender. Da kann ich mich zurücklehnen. Genau, du kannst dich quasi wieder zurücklehnen. Du hast ja gleich erstmal dein PvP-Teil. Da kommst du erst zu deinem Auftritt. Und zwar gibt es einige Veränderungen. Gehen wir erstmal noch auf die Allgemeinveränderungen ein. Die beziehen sich besonders auf den Kommandeur. Der Kommandeur oder beziehungsweise die Einsatzmitglieder oder Einsatzdruckmitglieder, ich sage immer noch lieber Squad. Die Leute aus dem Squad können jetzt die Pinks und Striche auf der Karte von ihrem Kommandeur sehen. Ganz wichtiger Punkt. So oft hieß es dann hier. Das konnten die vorher nicht. Nein, das war nicht optimal gewählt. Generell das Kommandeursystem. Wer dachte denn, das wäre eine gute Idee. Ist doch immer so eine Sache. Darauf gehen wir übrigens auch beim WVW-Community-Chat, der irgendwann demnächst rauskommt. Aufgenommen ist er. Nochmal genauer ein. So ein bisschen. Dann gibt es neue Möglichkeiten, WordXP zu erhalten. Zum Beispiel durch das Töten von Wachen, Zerstören von Mauern, Bauen von Mörsern, Brennenden Öl und so weiter. Es gibt jetzt quasi für fast alles WordXP. Gibt es irgendwas, wofür man noch keine bekommt? Äh, Eierschauken. Aber vielleicht kommt das auch nochmal irgendwann. So als kleines Skillgame mittendrin. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Eher so für jede Stunde am Stück gegen den WVW bis nochmal 5 XP extra oder so. Warte ab. Die WVWler können sich so einiges erweinen. Oh, da höre ich leicht hin. Da kommen wir gleich nochmal zum Fogobobm ist der Woche übrigens. Das passt gerade gut. Ich habe schon so einen Ausblick gegeben irgendwie. WordXP soll jetzt auch noch mehr belohnt werden. Das heißt, die einzelnen aufgestiegenen Ränge oder das Aufsteigen von Rängen sorgt jetzt nicht so dafür, dass man irgendwas killen kann im WVW, was einen ein bisschen stärker macht. Nein, gleichzeitig erhält man dafür auch noch eine Truhe und in dieser Truhe sind mystische Münzen, noch ein paar schöne Ehrenabzeichen drin und die Chance auf eine Random Gegenstand, zum Beispiel eine Falle, eine Belagerungsblaupause, exotische Rüstungen, aufgestiegene Ringe, also eigentlich alles dabei. Und lustigerweise sind die Leute, die jetzt schon hochgelevelt haben, sagen wir mal bis Level 20, kriegen die nächsten 20 Level 2 Truhen, solange bis das halt auf dem ausgeglichenen Stand ist. Und das ist eine ganz interessante Sache. Man bekommt also quasi nochmal alles nachgeliefert, was man bisher sich eh schon erspielt hat, nur halt ein bisschen über die Zeit hinweg. Und da drin sind halt aufgestiegene Ringe mit ein bisschen Glück. Das ist, glaube ich, schon mal ein sehr, sehr größer Vorteil, den die WVWler haben. Aber sie haben jetzt, um an aufgestiegene Gegenstände zu kommen, noch was eingeführt, und zwar einen extra Lorbeerenkaufmann fürs WVW, wo ihr aufgestiegene Ringe für 25 Lorbeeren und 250 Ehrenabzeichen kaufen könnt. Aufgestiegene Amulette für 20 Lorbeeren und 250 Ehrenabzeichen. Und die Accessoires, die ähneln sich, glaube ich, dem im PvE ganz stark, für 40 Lorbeeren und 50 Ektoplasma-Kugeln. Dazu gibt es noch neue offensive und defensive Infusionen, beziehungsweise es gibt WVW-spezifische. Die geben dann ein bisschen Zähigkeit, ein bisschen Kraft dazu und solche Dinge. Und zusätzlich verschaffen offensive Infusionen plus 1% Schaden an Wachen und Fürsten und defensive Infusionen sorgen dafür, dass man 1% weniger Schaden von Wachen und Fürsten erhält. Interessanterweise, finde ich persönlich, sind die Preise eigentlich sehr, sehr stark auf das WVW angepasst. Trotzdem allerdings braucht man natürlich Lorbeeren. Das Ganze kann ich sogar begründen, weil wir da lustigerweise mit Ramon drüber gesprochen haben. Und zwar sind diese Lorbeeren, ich sag mal jetzt nicht unbedingt ein Time-Blocker, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Hätte man jetzt zum Beispiel die aufgeschriebenen Gegenstände nur für 2.000, 3.000 Ehrenmarken angeboten, dann hätten die Leute gewonnen, die einfach einen Tag lang durchsuchten und sich die Marken farmen. Oder überhaupt gezielt auf Marken farmen. Das ist, glaube ich, der viel größere Faktor. Das heißt, es würde so ein Zerg gegen Zerg kommen. Fuck off Taktik, fuck off irgendeine Festung. Wir wollen Marken. Oder zum Beispiel solche abgesprochenen GVGs können umgewandelt werden zu abgesprochenen wir schenken uns gegenseitig Ehrenabzeichen treffen werden. Macht man die direkt in der Nähe von zwei Waypoints, tödelt sich gegenseitig, geht wieder hin, sammelt ein, Schritt zurück, verbeugt sich und wieder aufeinander los. So nach dem Motto. Dagegen muss natürlich vorgegangen werden. Und damit halt auch der Durchschnitts-WV-Wähler so nach und nach an seine aufgestiegenen Gegenstände kommt, muss man halt so ein bisschen die anderen rausblocken. Das heißt sagen, du kannst jetzt nicht alle Rüstungen an einem Tag holen, sondern musst halt ein paar Tage gespielt haben, damit der Casual nebenbei auch Marken farmen konnte. Finde ich gut. Die Lorbeeren eignen sich halt perfekt dafür, weil man damit quasi festlegt, wie viele Tage mindestens gespielt werden müssen, bis man die entsprechenden Gegenstände hat. Die Lorbeerenpreise sind ein bisschen gesunken im Vergleich zum PVE. Dafür gibt es natürlich diese Kostenfaktor Ehrenabzeichen. Das heißt, es haben im Prinzip alle was davon. Wenn wir nämlich mal ehrlich sind, welcher PVEler hätte von uns denn Lust, 40 Tage zu warten, bis er sich ein Accessoire holen kann, wenn er stattdessen irgendwie einen Tag lang WVW farmt und dann instant seine Sachen hat. Und dann kommen halt viele PVEler auch ins WVW. Das ist so ein Punkt. Und fahren Marken. Und das ist wieder ein Thema Fuck-off-Taktik und Fuck-off-PVE. Das heißt, wir haben durch diese Veränderung im WVW einen Schwund im PVE und gleichzeitig Leute, die kompetitives WVW betreiben, die sich dann beschweren, eigentlich wollten wir die ganzen Noobs hier gar nicht haben, nach dem Motto, die blockieren unsere Plätze auf dem Schlachtfeld. Damit wäre dann wieder keine Seite geholfen, meiner Meinung nach. Und Hallihallo an Eco-Rocks. Wo ich das hier gerade so lese. Ich komme wirklich nicht zu Wort. Ist richtig. Wolltest du was dazu sagen? Nö, eigentlich nur, bevor du das selbst schon nochmal bestätigt hattest, kurz einwerfen, dass man braucht so ein bisschen Zeitbremsen. Man kann nicht einfach alles so ausrichten, dass man sich das in so langer Zeit holen kann, wie man willens ist zu investieren. Man muss da irgendwo Grenzen ziehen, weil sonst wird das zu hardcore. Das kann man nicht überall machen, weil man soll natürlich auch dafür belohnt werden, wenn man willens ist, Zeit zu investieren. Aber irgendwo muss auch die Grenze gezogen werden. Und ich denke mal, das machen sie da genau richtig. Ja, denke ich auch. Ein bisschen genauer gehe ich darauf, oder was heißt ein bisschen genauer, aber ich gehe nochmal auf einen interessanten Punkt nachher im Forum Bobmus der Woche ein. Eine wichtige Änderung am WVW gab es noch, die ich mir bewusst ein bisschen aufgespart habe, weil es dazu halt nochmal eine externe News gab. Und zwar sind das die Änderungen an den WVW-Zuordnungen, beziehungsweise Ramon mag diese Überschrift auch nicht. Eigentlich ist es das Aufsplitten der WVW-Brackets, so wie wir sie jetzt im klassischen Sinne kennen. Zur Zeit lief, läuft, lief bis Freitag noch das System so, dass die Leute, die in den Platzierungen nebeneinander standen, gegeneinander gespielt haben. Und zwar immer im Dreierbräckchen. Das heißt, Platz 1, 2 und 3 gegeneinander, 4, 5 und 6, 7, 8 und 9, 10, 11 und 12 und so weiter. Also das ist, was man quasi feste Brackets hatte. Und die Kämpfe sich nur dann verschoben haben, wenn auch ein Platzwechsel stattfand. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel von Platz 4 auf Platz 3 aufgestiegen ist, so wie es Elona fällt vor, zwei Wochen, drei Wochen gemacht hat. Übrigens hier nochmal ein großes Kratz an alle Elonia an der Stelle. Der Punkt jedoch ist, dass relativ eintönig und langweilig wurde, weil man lange Zeit immer gegen dieselben Brackets oder gegen dieselben Leute in demselben Bracket gespielt hat. Wir haben das ja auch mehrfach festgestellt, wir beide, dass man einfach kaum noch Bewegung innerhalb dieser Rangliste hat. und dagegen musste halt was getan werden. Man kann da immer als ein ganz gutes Beispiel einfach Desolation bringen, weil die sind irgendwie, viel besser kann man das System da gar nicht als ausgenutzt ansehen. Oder was heißt ausgenutzt? Das war halt einfach so. Da konnten wir von Desolation ja nichts für. Aber am Anfang war Desolation irgendwie immer ganz gut mit dabei, sich da um Platz 1 zu kämpfen und so ein Kram. Und dann wurden die fünf Wochen hintereinander einfach von Vesuna Square verhaulen wie sonst was, blieben aber immer noch auf dem Platz 3 und wurden einfach nicht rausgeschmissen. Das blieb immer noch unter diesem Trio, obwohl Vesuna Square halt unglaublich dominant war. Und man wurde aber nicht aus dem Racket geworfen, weil es da dieses Rating gab, was einen so zurückgehalten hat. Und jetzt erklär mal die Formel, die jetzt zum Anwenden kommt. Viel Spaß. Genau, darauf wollte ich was. Das ist eigentlich total simpel, muss man sagen. Ich dachte, das wäre so kompliziert gewesen. Nö, nö, ich habe mich da mal genauer durchgefuchst. Und eigentlich ist das extrem simpel. Und zwar haben wir jetzt zwei Punkte, die unterschieden werden müssen. Wir haben die Rangliste und an der Rangliste ändert sich für das Erste nichts. Und wir haben so ein, ja, wie nennt man das? So eine Abweichung haben die das, glaube ich, genannt. Eine Abweichung, die reguliert jetzt die Leute, die gegeneinander spielen. Und zwar in einer gewissen Weise, nach einem Zufallsprinzip und in einer gewissen Weise nicht. Es kommt zum einen natürlich darauf an, wie man selber abgeschlossen hat. Demnach ändert sich das Rating. Das Rating wird in der ganzen Sache berücksichtigt, aber nicht primär. Oder das heißt schon primär, aber es gibt noch andere Faktoren, die darauf einen gewissen Einfluss haben. Und diese Faktoren sind unter anderem, oder ist unter anderem, einer dieser Faktoren ist eine Randomzahl zwischen 1 und minus 1. Das heißt, die kann bei 0,1, 0,2, minus 0,4 oder was auch immer liegen. Und die beeinflusst diese Abweichung so ein wenig, sodass wir quasi auf der einen Seite eine Liste haben. Das ist ein random Ding, 1 und minus 1. Ich dachte, das wäre, ob man verloren hat oder nicht verloren. Nein, zwischen 1 und minus 1. Das ist einfach eine Randomzahl drin. Und dadurch, dass das Rating mit einbezogen wird, die Änderung, die jetzt mit dem letzten Spiel dazu kam, unter diese Zufallszahl, haben wir quasi neben dem klassischen Ranking, wo immer noch die Plätze 1, 2 und 3, zum Beispiel immer noch Ilona fällst, die Zuna-Platz und wer ist da oben noch gerade mit drin mit euch? Was? Visuna Square. Ich glaube, war. Ja, Visuna Square, Desolation und Ilona-Fels. Ne, inzwischen ist Jade mehr wieder oben und ihr seid nur noch im unteren Bracket. Ah, endlich. Okay, gut. Also die drei bleiben weiterhin auf den Plätzen 1, 2 und 3. Jedoch kommt durch diese Zufallszahl, wird Ilona-Fels zum Beispiel, wir nehmen die Plätze 4, weil sie jetzt zum Beispiel die Zahl plus 1 dazu bekommen haben und Ilona-Fels selber hatte minus 1, also treffen die durch eine gewisse Rechnung aufeinander und zum Beispiel Platz 5. Das heißt, wir haben dann Platz 1, 4 und 5 gegeneinander, Platz 2 gegen 6 und 7 und Platz 3 gegen 8 und 4 hatten wir glaube ich noch über. Kannst du mir die Formel nochmal schicken? Ich will mir die mal angucken. Im Prinzip läuft das Ganze. Die Formel kann ich dir... Achso, ne, warte, hier steht eine Grundvariation. Das ist ganz einfach. Das ist Serverwertung plus Zufallsmanipulator. Das ist diese Zahl. Und mal Grundvariationen... Genau. Mal Grundvariationen plus Abweichungsvariationen plus Serverabweichung. Diese Serverabweichung ist halt das, was quasi in den letzten Spielen schon an Zufallszahlen dazugekommen sind. Was die anderen beiden Zahlen genau sind, kann ich euch nicht sagen, ist aber auch gar nicht so relevant, weil im Prinzip kommt es überwiegend auf diesen Zufalls-Multiplikator an, wie sich quasi die Spielbrackets jetzt ändern. Durch das Rating, das dabei ist und die Grundvariation, ist allerdings gesichert, dass ein Server, der auf Platz 1 ist, zum Beispiel dicht auf Server auf Platz 16 oder 17 trifft, weil das wäre eine schnelle Kiste. Das heißt, dadurch ist so ein gewisser Rahmen festgelegt, wo eine Verschiebung stattfindet. Prinzipiell, also ich glaube, das soll so im Rahmen von circa 8 Plätzen liegen, plus minus. Was ist da denn jetzt die Grundvariation und was die Abweichungsvariation sind? Die Grundvariation variiert auf deiner Position auch. Das heißt, das ist das, was man theoretisch dazubekommen würde. Oder wie? Genau. Die Serverabweichung ist das, was man schon über die letzten Wochen dazubekommen hat. Über die letzten Wochen? Was die Abweichungsvariation ist, kann ich dir nicht sagen. Aber prinzipiell ist das halt total simpel. Ist das jetzt bei dem Zufallsmultiplikator eigentlich 1 oder minus 1? Minus 1 bis 1. Bis. Zwischen, ja. So wie das so aufgeschrieben ist, sieht das nahezu aus wie ein Vektor. Und das wäre minus 1 und 1. Zu fällig festgelegte Zahlen aus dem Bereich minus 1, 1. Ah, Bereich. Ja, siehste, da ist es richtig aufgeschrieben, darunter nicht. Ja. Naja. Gut. Das haben wir das Rätsel quasi auch wieder gelöst. Das heißt, vom Prinzip her ändert sich an der Rangliste erst bei nichts. Die Plätze 1, 2, 3, 4 und 6 und so weiter bleiben bestehen. Das finde ich auch wichtig, denn das Wertungssystem an sich hat ja Sinn gemacht. Es haben immer nur gleich starke Server gegeneinander gespielt. Und die Verschiebungen waren minimal. Wobei man natürlich so ein bisschen darüber schwanken kann. Irgendwann klafft halt die Schere zwischen oben und unten immer weiter auseinander. Das passiert. Das bringt die Zeit. Aber prinzipiell kommt natürlich diesen Zufallsmultiplikator eine Veränderung in den Spielkonstellationen dazu. Das ist eigentlich im Prinzip alles. Das heißt, wir haben jetzt zwei Ranglisten. Die Rangliste oder zwei Listen. Eine Rangliste, die sagt, wie die Serverwertung ist. Und eine Liste der Brackets, die gegeneinander spielen. Dabei macht halt die Platzierung im Ranking nur ein gewisser Teil aus. Macht eigentlich auch Sinn. Weil im PvP hast du es ja auch nicht so, dass nur die ersten fünf gegen die zweiten fünf spielen. Ganz genau. Und das ist im Prinzip alles an der ganzen Sache. Finde ich auf der einen Seite ein sehr, sehr faires System. Wobei man natürlich sagen muss, dass es ein bisschen blöd ist, wenn man als Platz 5, weil jetzt zufällig hier in den Platz 1er spielt, kann man schon mal ordentlich auf die Ormel bekommen. Andererseits kann man allerdings auch als Platz 3er zeigen, hey, ich, äh, oder als Platz 6er zeigen. Und ich habe ein Team im Rangbereich 2, 3, äh, geschlagen. Hey, wir haben was drauf. Wir haben Potenzial. Eigentlich ein ganz, ganz nettes System. Was, soweit ich das richtig verstanden habe, ab Freitag angewandt wird. Bin gespannt. Auch was wir so an Gegnern bekommen. Zumal wir jetzt ja ganz kurz vor einem rein deutschen T4-Bracket waren. Mit, äh, Riverside, äh, Avalon Smoth und Millersund. Hätte ich persönlich ganz cool gefunden. Ja, wer verbündet sich da dann mit wem? Also, ich persönlich, ich glaube, die verbünden sich gegen uns, weil, äh, Riverside ist ein sehr, sehr unbeliebter Server. Das Schlimmste, was man je erleben kann, ist, gegen zwei Franzosen Server zu spielen. Das hingegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das, das war eine kurze Periode, in der ich auch mal im WVW war. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich jetzt da nicht mehr reingehe. Ja, im Prinzip verbünden sich, da hat Jan schon nicht Unrecht, äh, die deutschen Server eigentlich auch untereinander nicht. Auch wenn uns das von den, äh, lieben, äh, Aurora Glades-Leuten immer noch vorgeworfen wird. Ihr könnt nichts. Okay. Domi? PvP. Das war unauffällig, ja. Genau. Bei, äh, PvP war es, äh, ging es letztendlich grob um die, ähm, um den Zuschauermodus und um die selbst erstellten Arenen, äh, Arenen, Ärenen. Cool, neues Wort. Naja, da, äh, gab es so ganz viel Kleinigkeiten, aber auch so ein paar sehr gute und sehr interessante Änderungen möchte ich mal eingehen. Nämlich einmal etwas sehr, sehr Schönes, kann man sich, wenn man in den festgestellten, ähm, festgestellten Kameran, äh, ist, wie zum Beispiel die schreckliche auf Nüffelhelle, kann man jetzt durch Klicken auch Spieler auswählen. Das heißt, man ist nicht komplett abgegrenzt von allem, nur wenn man in dieser, äh, überen, äh, Overlay-Kamera da steht. Das hat mich immer tierisch genervt. Ich wollte oft die Leute raufklicken, wollte dann, äh, vielleicht direkt in die First-Person-View gehen und hat nicht funktioniert. Naja, jetzt kann man sie anklicken, kann dann die Lebensbalken sehen und, ja. Das nächste wäre, Zuschauer können nun auf Spieler rechtsklicken oder Doppelklicken, um das verfolgte Ziel zu wechseln. Das hat bei mir noch nicht geklappt. Hast du das schon mal ausprobiert? Nö, das ist ein Bug, haben sie aber auch gesagt. Ah, sehr gut. Bin schon fest. Schöne Sache, weil, also das ist auf jeden Fall was sehr Gutes. Ich nehme mal an, das wird dann auch aus der, ähm, Kamer, aus den feststellenden Kameran passieren. Und da hat man dann wirklich ein gutes Stück mehr Dynamik, dass man nicht immer raussuchen muss. Okay, der Engineer kriegt gerade aufs Maul. Jetzt muss ich hier in das Team gucken und da mir aus der Liste raussuchen, welcher ist das jetzt von denen. Es hat immer so ein bisschen Stocken gebracht in das, ja, wirklich zeigen, was abgeht. So muss da dann ein ordentlicher Flow reinkommen mit dem dazu. Äh, ja, Zuschauer können den Chat in der Nähe hören. Ich weiß nicht, nicht unbedingt sinnvoll. Kann man die trollalalal oder du drückst nur zwei noch mitkriegen. Super. Und da, äh, bei einem Punkt hätte ich jetzt noch eine Frage, ob du eine Ahnung hast, was das ist. Was sind die Zuschauerbeobachtungsfenster? Äh, die, die oben rechts, die kleinen. Hä? Oder, warte mal. Hast du, äh, das Zuschauerbeobachtungsfenster, ach so. Letztendlich geht es hier darum, das Zuschauerbeobachtungsfenster speichert nun, äh, speichert die Position. Kein Schimmer, wobei es sich darum handelt. Vielleicht würde mir das, äh, würde es mir einleuchten, wenn ich mir die englischen Patchnotes angucke. Das kann ich vielleicht danach nochmal machen. Naja, ähm, dann neben dem kleinen würde ich sagen, die wichtigsten wären noch einmal, dass man nicht mehr direkt die, äh, den Todeskram, also wenn man stirbt, wovon man gekillt wird. Und im Spectate-Mode genauso wie beim normalen Spielen, dass man ihn nicht direkt ins Gesicht geklatscht bekommt, wenn jemand stirbt, dann hat man noch ein bisschen die Übersicht, wenn Leute sterben und nicht einfach, okay, du bist aus dem Spiel, verschwinde. Äh, kann man jetzt auswählen mit einem kleinen Button da dran, woran die gestorben sind, wenn die gerade tot sind, kann man sich entscheiden, will man das sehen oder will man es nicht. Das ist, äh, eine schöne Sache und dann würde ich sagen, dass ein, andere, was es da noch gibt, äh, dass man jetzt endlich einen Administratorenbefehl hat, um das Spiel zu beenden. Sehr gut, ja. Das wird unglaublich helfen. Ich habe da teilweise Situationen gesehen bei anderen, äh, Livestreams, wir hatten das ja nicht ganz so viel, wir hatten da teilweise Probleme, aber die mussten dann ein Spiel wirklich dann komplett zu Ende spielen, damit die auf die nächste Karte kommen, weil das teilweise immer noch schneller ging, als dann in den Einstellungen, da die ganze Zeit dran zu arbeiten. Und eine Sache würde ich mal gern hier jetzt noch, äh, das waren so die wichtigen Sachen, aber ich möchte eine, äh, Sache an den Chat stellen. Und zwar hat irgendjemand mitbekommen, dass er einmal, wenn er das Team gewechselt hat, in der falschen, in dem falschen Startbereich beim PvP war. Das soll nämlich ein angeblicher Bugfix gewesen sein und ich habe es noch nie mitbekommen, dass es auch nur einmal passiert ist. Das wird halt ein seltener Bug gewesen sein. Wenn das öfters passiert wäre, hätte es dazu auch schon viele Forenthreads gegeben. Ich stelle mir die Situation so genial vor, dass man einfach, man guckt sich um so, hm, alles Gegner, ich bin hier im Start, Ding. Interessant wäre das, wenn einem das auf, äh, Tempel of the Silent Storm passiert, weil da kann man nicht durch das Portal gehen und ist da oben gefangen. Oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aha, siehst du mal. Sollte Dumpdingen können halt, äh, im Spiel nun mal passieren, würde ich sagen. Also, das ist wirklich ein interessanter Bug und ich hätte den gern mal miterlebt. Schade, sie haben ihn gefixt, bevor mir das passiert ist. Naja. Ja, das war's heute, glaube ich, mit den wichtigen Änderungen. Das war's so ziemlich, da sind noch hier so ein paar Kleinigkeiten, das auf der Minimap jetzt die, äh, Punktsymbole nicht mehr über den Spielersymbolen sind und irgendein Unsinn. Aber letztendlich nur Kleinigkeiten, die sonst noch dabei sind. Und, äh, sie ist, ist halt immer noch Beta, sie arbeiten dran, das alles besser zu machen. Und die Änderungen, die wir jetzt bekommen haben, sind auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung. Wobei ich ja sagen muss, äh, dass ich ein bisschen enttäuscht war. Sie haben im Vermächtnis des Feinfeuers eine zusätzliche Kamera beim Graveyard eingebaut. Sie haben die Kameraposition beim Wasserfall verbessert. Aber, äh, sie haben uns halt immer noch... Nicht die Nüffel hell. Sie haben uns halt nicht diesen blöden Kameraspot am Erdwerk am Nüffel hell genommen. Das schreibe ich mir jetzt auch nochmal in meinen Fragenkatalog rein. Das sollte vielleicht auch in den Rahmen kommen. Okay. Dann, äh, sind wir quasi mit dem Patch, äh, so ziemlich durch. Wenn wir jetzt auch einmal ganz schön auf die Edelsteinsachen eingehen, die dazugekommen sind. Ein Itemshopwatch, äh, werde ich noch nachliefern. Heute Nacht. Aber, äh, wir haben zum einen, äh, jetzt die Möglichkeit, unsere selbst erstellten Arenen selbstständig zu verlängern. Das Ganze kostet übrigens, da kann man auch mal so ein bisschen auf den Preis schauen, 20 Tage für 480 Edelsteine. Nja, mh, ich hätte ja gerne für unsere Turniere zwei Arenen parallel irgendwann mal laufen gehabt. Ich muss allerdings sagen, bei den Preisen müssten wir quasi monatlich an die, na, 20 Euro, ja, nicht ganz 20 Euro investieren, um die am Laufen zu halten. Das ist eine Menge eigentlich. Dadurch, dass allerdings jeder Spieler theoretisch, äh, was dazugeben kann an diesen Marken, kann man das natürlich so ein bisschen auf die Leute abwälzen und sich das gegenseitig zusammenkramen. Dann geht es wieder. Muss man so ein bisschen schauen, wie das aussieht. Dann, äh, gibt es ein neues Mini-Pad, äh, das Mini-Kätzchen und, äh, die Konsortium Ernstesichel, nur halt ganz schnell mal drauf eingegangen, äh, die halt unendlich funktioniert, bei jeder, äh, schwierig, also bei jedem, egal wie stark, oder was das für eine Voraussetzung hat, äh, an Waffen. Also von Kupfer bis Urikalkum ist alles abbaubar. Äh, dann haben wir zudem noch die Möglichkeit in Deutschland jetzt mit dem Lastschriftverfahren zu bezahlen, was sich viele Leute in Guild Wars 1 schon gewünscht haben. Ist jetzt endlich in Guild Wars 2 möglich geworden. Kann in Guild Wars 1 nie? Eine wichtige Sache. Nein, es kann die. Man hatte Payside-Karte, man hatte, glaube ich, PayPal eine ganz, ganz lange Zeit nicht. Man hatte sonst nur sofort Überweisungen und noch irgendwas Dämliches, was kein Mensch in Deutschland macht und Kreditkarte natürlich. Aber das ist in Deutschland auch nicht ganz so beliebt. Naja, sofort Überweisung geht doch. Es geht, ja. Aber das Lastschriftverfahren ist bei vielen einfach immer noch beliebter. Das geht jetzt endlich im Edelsteinshop. Damit haben sie quasi weitere Leute erreicht, die sich nicht mit PayPal anlegen möchten. Und ja, soviel zum Patch. Hat uns auch nur... Warte nochmal. Du hattest gesagt, ungefähr 20 Euro für einen Monat. Wenn wir zwei Arenen, also... Ach, zwei? Ja, ja. Ich habe überlegt, mit zwei Arenen auf Dauer zu spielen. Du hast mir schon Schrecken angejagt. Nein, nein. Eine Arena. Wie gesagt, 20 Tage sind knapp 500 Edelsteine. Dann sind also 10 Tage knapp 250. 800 bekommt man für 10 Euro. 750 werden es für 30 Tage. Ich denke mal, 10 Euro, das ist so ein guter Mittelwert aus... Damit kriegen sie noch gut Umsatz. Und ich meine... Ey, du musst ja nicht mal Gold benutzen. ArenaNet bezahle ich das gerne, weil... Ich meine, dadurch wird das Spiel besser. Wir können es ja auch so sehen. Ganz einfach gesagt, wenn du mit einem kompletten Team dahinter sitzt, dann kannst du wahrscheinlich auch... So eine Gilde kann sich so eine Arena auch selbstständig leisten, nur durch Gold. Ja. Ja. Ich denke mal, vielleicht können wir uns das auch crowdsourcen. Man braucht 50, 60 Gold für Desteine. Also 70 bis 80 Gold, dann kann man sich das auch so leisten für einen Monat. Also 70 Gold oder 10 Euro, das ist, denke ich mal, okay. Da wurde gerade ein guter Punkt im Chat angebracht. Zwar aus meiner Sicht der Falsche, weil das Rumheulen ist, nur wenn es nicht berechtigt wird. Da werden PvEler dann, wenn sie kein Geld bezahlen wollen, ins PvE gezwungen. PvPler? Das stimmt nicht. Wieso? Man kann sich in der mystischen Schmiede Farben craften und, also solche Farbflächen und man bekommt aus den Truhen regelmäßig Farbflächen und du kannst aus eigener Erfahrung sprechen, wie viele Truhen du gesammelt hast. Ja. Man kann sich durch die Farben... Weißt du, wie viele Farben ich in, was war das, in 93 Truhen drin hatte? Ja. 12. Gut. Und jetzt kannst du dir aus dem Material, was du da rausgezogen hast, nochmal circa 20 craften. Dann bist du bei 32. Das sind dann... Und da muss ich noch Glück haben, dass ich eine gute dabei rauskriege. Ja, aber die Chance besteht ja. Weil die Account bound sind und man die nicht direkt verkaufen kann. Ja, natürlich. Natürlich, ein bisschen Glück gehört auch dazu. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Also Gold machen als PvPler dadurch ist nicht das Einfachste. Du machst Lorbeeren, daraus kannst du auch Gold machen. Fünf Lorbeeren sind, äh, was hatte ich gesagt? 1,5 Gold. Also alle fünf Tage 1,5 Gold. Das ist, ja, wenn du das zu zweit machst, ist es genau das, was die Arena kostet. Zu zweit jeden Tag die Dailies. Okay. Da kannst du dir einen Monat in der Arena für 30 Tage schon leisten. Demnach sollen die PvPler auch mal nicht so rumweiten. Ja, okay. Es geht schon fast auf die PvPler zu hier. Hey. Okay. Vergleich mich nicht mit dem Zeug. LFG-Tool und Skyhammer. Das sind, glaube ich, zwei interessante Punkte, die ich heute Morgen aus Reddit gekramt habe. Noch auf der Arbeit. Pflichtbewusst, wie ich bin, habe ich natürlich Handy und Reddit an. Pflichtbewusst in eine Richtung, schlechter Mitarbeiter in der anderen. Mal schauen, ne? Also, was haben wir da Tolles? Ich würde mal sagen, wir fahren mit dem LFG-Tool an. Ja, das Beste zuletzt. Vorne weg erstmal, die beiden Sachen sind noch nicht im Spiel. Sie wurden per Datamining aus dem letzten Patch rausgelesen. Ich möchte betonen, nicht von uns. Ganz wichtig, nicht von uns. Genau, wir haben es von Reddit, hatte ich aber schon vorher schon gesagt. Egal, kann man nicht oft genug sagen. Ehe noch Dinge auf uns zurückfallen, meinst du? Das stimmt schon. Also, LFG-Tool wurde ausgelesen, ist noch nicht drin im Spiel. Also zumindest nicht für uns sichtbar. Aber es gibt auf jeden Fall gewisse Datenschnipselchen, könnte man das fast nennen, die zusammen wohl so ein LFG-Tool ergeben können. LFG-Tool Schnitzeljagd. Ich wollte das erst übersetzen, habe es auf der Arbeit natürlich nicht geschafft. Eben bei Übersetzen ist ein bisschen viel verlangt vielleicht. Ich muss auch nebenbei arbeiten. Und habe deswegen einfach mal so copy-pasted, was da auf Reddit stand. Und da sehen wir, dass es so, zumindest von den reinen Befehlen her, genau in die Richtung geht, die wir uns gewünscht haben. Oder die ich mir gewünscht habe. So fange ich erstmal an. Aber auch im Allgemeinen geht was zwei Bereiche, gilt das als wünschenswertes Ziel. Und zwar GW2LFG. GW2LFG.com ist eine Seite, da könnt ihr quasi euer Gruppengesuch reinstellen. Und Leute können euch per Ingame-Namen dann erreichen. Oder halt umgekehrt, ihr sucht eine Gruppe per Ingame-Namen. Ich hoffe, das kann man so lesen. Ich habe es jetzt mal eingeblendet. Die Commands, die hier stehen. Ja, es sollte klappen. Und hier hat man halt dieses, hier hat man halt im Erstbefehl zum Beispiel klickt hier, to list your party. Das heißt, wir tragen uns quasi als Gruppe in dieses LFG-Tool ein. Dann müssen wir den Filter auswählen. Und da gibt es halt verschiedene Dinge, auf die wir auswählen können. Die sich halt besonders auf die Dungeons, aber auch auf andere Dinge beziehen. Wir haben jetzt zum Beispiel mit dem Kreuz neben den Dungeons Escalon. Was ist denn dann Advertise your group? Bewerben. Deine Gruppe bewerben. Kann man dann fünf Gold bezahlen, damit man da ein Ad irgendwo hinkriegt? Nein, das nicht. Ich glaube, das wird eher so, du hast Platz für einen Slogan irgendwie. So ein Sättchen dahinter. Ach so. Group looking for one member, bla bla bla, weil wir die Geilsten sind. So, come to the dark side, we've got cookies. Ich denke mal, das geht so in die Richtung. Da wird nie im Leben irgendwas Vernünftiges drinstehen. Bei auch nur einer Person. Dann gibt es halt die Möglichkeit, per Button zu joinen. Man bekommt dann wahrscheinlich als Antwort zurück, wenn die Gruppe voll ist, full. Oder das Group ist currently, ja, voll. Voll und kann nicht beigetreten werden. Ja, auf jeden Fall haben wir halt da so ein paar Befehle drin, aus denen sich relativ gut zumindest erahnen lässt, wie das Ganze aussieht. Man hat zur Auswahl, die Leute für den Living Story Content zu suchen. Dann für die Dungeons, jeweils im Story und im Explorable Mode. Haben wir hier einmal alle stehen. Dann haben wir unten Fraktale, die wir dann auch unterschiedlich einstellen können. Entry, also wir haben mit Basic Rewards. Also das wird von 0 bis, oder von 1 bis Level 10 sein. Better Rewards und Chance of, also eine Chance auf einen aufgestiegenen Ring. Das ist von 10 bis 19. Dann wird es ein bisschen schwerer und die Chance auf Infused, aufgestiegene Ringe, also... Wer ist das denn nochmal auf Deutsch? Infused. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das dann 20 bis 26 und danach dann noch höher. Das ist so die Auswahl, dann hat man allerdings auch die Chance fürs PvP zu suchen. Unrated und Rated Matches. Und fürs WVW, also Eternal Battlegrounds, Red Borderlands, Blue Borderlands, Green Borderlands. und ja, Leute sogar für die Personal Story, wenn man Hilfe braucht. Und das klingt für mich alles in allem nach genau dem, was wir... Infundiert. Infundiert heißt das genau. Infundiert? Infundiert, ja. Ich hab nur die ganze Zeit an eine nicht gute Übersetzung gedacht. Und zwar Nitro Infusion, Nitrous Infusion von Nitro Einspritzung. Ja, aber das ist... Und dann einspritzen, aber eingespritzte Gegenstände gibt es, glaube ich, nicht. Mhm. Na gut, auf jeden Fall, das ist so das LFG-Tool. Wenn es halt, es sollte halt von einfach an, das haben sie auch gesagt, so in Richtung gwi2lfg.com gehen. Und das ist auch der Wunsch der Community. So einen klassischen Dungeon-Finder, wie wir ihn in WoW haben, möchte niemand. Macht auch wenig Sinn, weil man zufällig in Gruppen zusammengewürfelt meistens gar nicht losziehen will. Und da wir kein klassisches Tank-High-ADD-System haben, klingt da eh nur die wirresten Sachen bei rum. Darum, viele halt so einen Dungeon-Finder schon mal von vornherein einen raus. So ein LFG-Tool ist, denke ich mal, die perfekte Lösung für uns alle. Und ich finde es richtig gut. Ja. Das wird zum Beispiel auch dabei helfen, dann ein bisschen den Chat zu entmüllen. Wenn, dass da nicht jeder dauernd sein Looking for Dies und Das rein spammt, dann ist der Chat reserviert komplett nur für so einen glorreichen Unsinn wie Knödelbert. Zum Beispiel, ja. Oder die alltäglichen Anbetungsgeschichten von Clear Blue Water oder irgendein Unsinn. Naja. Oh ja, es gibt auf jeden Fall eine Menge Sachen, für die der Chat noch unbedingt gebraucht wird, ja. Hin und wieder auch mal netter Spam für gintims.de, wenn ich mich da so an Damien und unser erstes Turnier erinnere. Danke nochmal dafür. Die andere Sache, die per Datamining gefunden wurde, es wurde übrigens in diesem Patch wieder ein paar neue Bademoden und irgendwas zum Thema Schuluniform und so weiter gefunden, aber das ist, glaube ich, nicht so spannend hier in dem Fall. Der Skyhammer hingegen ist ein bisschen oder ein ganzes Stück interessanter sogar, wobei ich euch bis heute nicht so ganz sicher sagen kann, was das Ding soll und wo wir das herbekommen oder sonst irgendwas. Also, wenn ich mal meine Theorie äußern dürfte. Ja, erklär du erstmal, was das Ding kann für die Leute, die es so mit Englisch gar nicht haben. Achso, also es sind ja letztendlich ein paar Befehle, die wir da haben. Und dann ist es einmal so, dass man da die Kontrolle des Skyhammers übernehmen kann. Ich weiß nicht, ob der wirklich mit Himmelshammer übersetzt wird. Klingt gerade noch ein bisschen geiler. Himmelshammer, schöne Alliteration. Naja. Und es wird hier halt schon mal gesagt, dass es eine Kanone ist. Und damit kann man dann Blitze heraufbeschwören und seine Gegner vaporisieren. Klingt alles ein bisschen sehr übertrieben, so ein bisschen zu ernst. Naja. Dann haben wir dann Overcharge von der Kanone. Überladen würde ich das mal nennen. eine Kalibrierung für das rote Team, was dann zu meiner Theorie führt. Da würde ich mal sagen, gehe ich da einfach jetzt schon mal drauf ein. Und zwar, rotes Team, das haben wir ja eigentlich nur im PvP. Das ist richtig. Oder habe ich mich da irgendwie versehen und habe da irgendeinen Bereich noch nicht mitbekommen. Das ist dann aber der rote Server oder die rote Welt, nicht das Team. Ich frage, ob man das Team nennt, ja. Aber prinzipiell wären das die einzigen beiden, die mir bei rot einfallen würden. Ich würde sagen, Red Team spricht ganz klar für PvP. Und wenn wir das mal kombinieren mit etwas nicht von uns Data-Minten, was wir letztens hatten, und zwar die Karte von der neuen PvP-Map, könnte ich mir vorstellen, dass die Skyhammer-Cannon das Katapult oder das Trebuchet von der PvP-Map ist, die wir da gesehen hatten. Das ist zumindest das, was als erstes direkt in meinen Kopf kam in Bezug mit PvP, rotes Team. Und weil vor allem auch, weil es kalibriert wird für ein Team, da da nur eine ist, übernimmt halt das Team das dann und dann das andere. Sonst, wenn es zwei geben würde, macht das Kalibrieren keinen Sinn. Ich muss halt auch sagen, ich war zuerst auf diesem Trip, den auch Männer gerade hatte im Chat. Es klingt nach einer Belagerungswaffe, ist ja quasi auch eine Belagerungswaffe. Und jetzt, wo du das so sagst, ergibt das natürlich Sinn, dass auf dieser Karte kein anderes Symbol erscheint, weil es ein Unterschied zwischen einem Trebuchet und einer Kanone, ich weiß nicht, ob das jetzt so bildlich schon dargestellt werden würde auf der Karte. Demnach macht das für mich Sinn, dass das Trepp-Symbol dadurch auch eine Kanone darstellen kann. Man muss sich das Ganze erspielen und dann kann das für ein Team kalibriert werden. Wenn man es natürlich dann, wir hatten ja damals die Diskussion, wie nutzt man den Tribok, der da hinten so abseits von einem Portal steht. Das ist eigentlich relativ simpel. Mit so einer Kanone wird das natürlich alles ändern. Die könnte man eventuell ja auch benutzen, um da sich zu bewegen, damit also quasi rumzulaufen. Das scheint ja, glaube ich, wenn ich mir das so richtig durchlese, klingt das gar nicht so, als wäre das stationär, oder? Für mich, man lässt sich jetzt schwer sagen, aber für mich persönlich würde das nicht so unbedingt nach einer stationären Waffe klingen. Und man könnte auch dieses Dilemma, das wir da hatten, was passiert, wenn ein anderes Team den Punkt cappt. Das ist relativ simpel. Die Kanone verschwindet und das andere Team kann sie wieder für sich kalibrieren, was vielleicht eine Zeit dauert. Da käme dann dieser Faktor Kampf um diesen Mittelpunkt ins Spiel. Genau. Und also dieses Hold-All-Movement, das ist, ich weiß noch nicht ganz genau, was ich damit anfangen soll. Ob es dann wirklich, ob es dann entweder so ist, dass man sich nicht bewegen darf in dem Bereich, wo man um die Kanone kämpft, oder ja, was auch immer, oder ob man wirklich mit der Kanone rumläuft, aber Test Subjects may experience dizziness, confusion and death. Ich frage mich da, ob das auf den dir das trägt, oder der, der beschossen wird, kommt. Weil wenn das so ein bisschen, man kann das nehmen, aber möglicherweise wird man davon dann gestunnt irgendwo, oder man kriegt Confusion drauf, oder man stirbt einfach, wenn man damit schießt, das wäre noch so ein anderes tricky Element dabei, was vielleicht auch ein bisschen zu random wäre, um das zu nutzen. Vielleicht läuft das Ganze ja nicht random ab, sondern so ein bisschen nach dem selben Prinzip, wie zum Beispiel das bei den Fraktalen mit dem Hammer läuft. Da gibt es ja auch so einen Hammer, und nach einer bestimmten Anzahl von Stacks, die man hat, hält man das, und in einer bestimmten Anzahl hält man das, und so weiter. Das heißt, man müsste gucken, dass wenn man jetzt zum Beispiel den fünften Schuss abgibt, wird man gestunnt, beim zehnten bekommt man Confusion, und beim zwanzigsten stirbt man. Das heißt, man hat 19 Schuss, ignoriert man das einfach mal, und haut den zwanzigsten raus, ist man weg von der Bildfläche. Das fände ich persönlich recht interessant sogar. Man kann aber auch viel in so fünf oder sechs Zeilen Text reininterpretieren. Meine Herren. Ja, ich finde auch. Also, wir haben absolut keine Ahnung, was es ist, aber ich finde es ganz spannend, darüber zu spekulieren. Ja. Wo wir jetzt gerade bei Spekulieren sind, da habe ich noch eine Sache, da habe ich mich nicht darauf vorbereitet und dich auch nicht. Aber wenn du mal schnell auf die Guild Wars 2 Seite gehst, und dann auf das letzte, ne, warte mal, dann auf, warte mal, ich link dir das. Wo sieht man denn hier die Übersicht zu allen bisher gekommenen, ach so, alle Veröffentlichungen ansehen, da. Genau, dann haben wir nämlich ein Bild zum nächsten Patch, der am 4. Juni kommt, der mich ein wenig, der für viel Aufregung so allgemein in der Community gesorgt hat, vor allem auf Online-Werden. Online-Werden hat daraus wieder einen riesen Trara gemacht. Äh, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Für mich wirkt das immer noch so ein bisschen wie ein Platzhalter. Was zur Hölle? Ja. Okay, das muss ich immer im Mindblenden. Genau. Für die Leute, die sich das noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben, könnte das auch richtig interessieren, das würde ich es noch nicht angesehen haben. Und zwar sehen wir dort einen Drachen, würde ich zumindest sagen. Ich würde sogar expliziter darauf eingehen und sagen, das ist Kalkatorik. Passt nicht unbedingt zu Primordus. Primordus hat nicht so eine ausgeprägte Halswirbelsäule. So wie das aussieht. Ich hab's nochmal ein bisschen größer gemacht hier. Jormark auch nicht. Und die spitze Zunge passt eigentlich zu keinem der Drachen wirklich. Muss ich sagen. Es ist aber auch kein Kalkar. Jetzt kommen wir erstmal zum Termin. Termin ist der 4. Juni. Dieses Bild bezieht sich auf den 4. Juni. Der 4. Juni ist der Tag daneben, an dem die Kalkarkönigin ins Spiel kommt. Die Kalkarkönigin hat jedoch überhaupt nichts mit Drachen zu tun. Was also soll uns das Bild da sagen? Da kommen wir nämlich auf den nächsten Punkt. Und zwar das Drachenfest. Das Drachenfest war früher in Guild Wars 1. So ein Fest, das immer zum Geburtstag von Guild Wars 2 stattgefunden hat. Oder Guild Wars 1 war es damals noch. Nicht Guild Wars 2, allerdings Guild Wars 1. Und lustige Spiele mit in die Welt brachte. Und halt so ein bisschen Party-Time, neue Minipads und so weiter und so fort. Und dieses Drachenfest, das wurde bestätigt, soll irgendwann auch in Guild Wars 2 auftauchen. Das heißt, wir haben jetzt hier, natürlich würde so ein Drachenfest, gerade, jetzt kommen wir mal so ein bisschen, das Drachenfest resultiert aus der Geschichte von Kanter. Kanter ist ja sehr chinesisch angehaucht. Da haben Drachen ja eine besondere Bedeutung in der Mythologie. Daher ist ein Drachenfest da, eigentlich mal darauf angelegt gewesen. Ist jetzt natürlich irgendwo makaber ein Drachenfest zu feiern, wo unsere Welt gerade noch von fünf total bösen Drachen bedroht wird. Um mal so jetzt drüber nachzudenken. Interessanterweise, darum wurde halt dieses Bild, keine Drachen, das ist quasi ein Kein-Drachen-Fest. Nein, ich gehe davon aus, dass es mit dem Drachenfest irgendwie in Verbindung steht. Vielleicht eine Einleitung dafür. Vielleicht ist es doppelt, nicht mehr Keine-Drachen-Fest. Nicht mehr Kein-Drachen-Fest, ja. Vielleicht haben wir deswegen wieder ein Drachen-Fest. Vielleicht feiern wir den Tod Seitans. Wer weiß das nicht. Minus, der Minus ergibt Plus. Genau, das ist so die Sache. Ich habe persönlich natürlich keinerlei Ahnung, genauso wenig wie ihr. Aber man kann in dieses Bild unglaublich viel reininterpretieren, finde ich. Oh ja. Also ob sich das denn auf die Drachen bezieht oder eben gegen Drachen, ob es sich aufs Drachenfest bezieht, was das Ganze mit dem Kaka-Königin zu tun hat. Ich habe absolut keine, genau, es sieht aus wie so ein Schild, Drachen müssen draußen bleiben, ja. Das finde ich auch persönlich ganz gut. Gibt es jetzt beide. Oh, vielleicht gibt es ja einen Haustier-Drachen bald. Ich bin auch voll dafür, dass wir jetzt, das ist einfach mein Kind, was zwar die komplette Law umschreiben, die Drachen sind ausgewandert, haben keinen Bock mehr und unsere wirkliche Gefahr ist das Konsortium. Man weiß nie, was kommt. Gut. Prime Models denkt sich einfach so, ne, die wehren sich ja, ich bin raus hier. Ich bin raus, Bitches. Wir sehen uns ein anderem Mal in einer anderen Welt. Und es kommt doch der Dubstep-Drache, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Und für einen anderen Channel. Gut. Wir haben genug spekuliert, würde ich sagen. Ja, um einiges. Wir hatten eine Menge Spekulationen jetzt mit dem Skyhammer und dem LFG-Tool. Kommen wir mal wieder zu was Festem und zwar was Festem, was wir geplant haben. Haben wir doch noch. Ich übernehme jetzt erstmal quasi den PvE-Part und du steigst da gleich mit dem PvP-Part ein. Und zwar mit diesem wunderschönen GitWars 2 Fraktal Beginner-Stream, der mir persönlich unheimlichen Spaß gemacht hat. Ich bin da losgezogen mit vier Leuten aus der Community, die keine, bis nahezu keine Fraktalerfahrung haben, losgezogen. Hab denen so ein bisschen die einzelnen Fraktale erklärt, was wie wo gemacht werden muss. Hab ihnen erklärt, an welchen Stellen was mit den Bossen passiert und so weiter. Und wir haben das Portal auch in einer, glaube ich, recht ordentlichen Zeit abgeschlossen mit der Community. Gleichzeitig haben wir viele Leute im Chat gehabt, die Fragen gestellt haben. Und der Stream war mit dem Peak knapp über 40 Zuschauern sogar recht beliebt, muss ich sagen. Das hat mir gezeigt, hey, man sollte vielleicht öfters mal so ein bisschen wieder auf die Anfänger eingehen. Es gibt ja viele Leute, die GitWars 2 schon wieder verlassen haben und jetzt wieder neu einsteigen wollen. Es gibt Leute, die sind komplett neu in GitWars 2. Und irgendwie habe ich auch so das Gefühl, bei uns bildet sich ja eine komplett neue Community. Das heißt, dass wir auch viele Anfänger hier bei haben, die wir quasi da mit durchziehen. Und daraus ist eine Idee entstanden, die sich nicht nur aufs PvE beschränken soll, sondern nochmal einen ganzen Ticken weiter geht, Domi. Genau. Also ich hatte mir halt gedacht mit dem Erfolg von diesem Anfänger-Ding und dass ich an sich PvP mag und gerne alles in die Richtung bringen würde. So läuft mein Kopf, wenn ich irgendwas sehe, will ich da was aus dem PvP draus machen. Und dann noch mit der Kombination, dass am Vortag Alex sich ein bisschen mit dem HGH-Engineer rumprobiert hat und dem das, sage ich mal, nicht so super gelungen ist. Eine Klappe. Hatte ich mir gedacht, man könnte das vielleicht alles kombinieren. Und zwar holen wir uns jemanden Netten, der die Zeit hat und auch vielleicht uns ein bisschen unterhalten will. Der sich mit einer bestimmten Klasse und bestimmten Bills auskennt. Und dann machen wir sozusagen simultan Alex oder auch mir, falls es eine Klasse ist, die ich nicht kenne, welche alle außer Thief wären, die Klasse von Grund auf beibringt. Nicht so in Guide-Manier, sondern wirklich in einem Livestream. Wir und auch ihr da draußen könnt dann mit uns sozusagen die Klasse lernen. Nicht nur Bills und sonst was, also nicht nur einfach Bills und ein bisschen die Abilities durchgehen, sondern wie benutzt man die? In welchen Situationen sind andere Sachen vielleicht besser? In welcher Reihenfolge muss man überhaupt die Skills in welchen Situationen anwenden? Und alles, was da irgendwie dazukommt. Und dann kann natürlich auch noch Rückfragen vom Chat kommen und all sowas in der Richtung. Das erwartet natürlich relativ viel von den Personen, die sich dann vielleicht so nett wären und sich dazu bereit erklären, uns dabei auszuhelfen. Aber wenn da jemand Lust drauf hat und willens ist, das zu machen, dann denke ich, könnte das eine coole Erfahrung für alle Beteiligten werden. Das denke ich auch. Gerade halt für neue Einsteiger in PvP ist das perfekt. Sie lernen eine Klasse und am besten auch schon direkt damit im Bild, das gerade von großen Spielern oder von bekannten Spielern so ein bisschen abgesehenelt ist. So ist zumindest der Plan. Das heißt, man steigt jetzt nicht mit irgendeinem Bild ein, das man zufällig bei YouTube findet, sondern man steigt direkt damit ein, was die Leute als Anfängerfreundlicher empfinden. Das heißt, wir geben euch nicht sofort das Schwerste an die Hand, sondern zum Beispiel so ein HDH-Engie ist, glaube ich, von der Idee her nicht so schwer. Aber es ist halt easy to learn, hard to master. Damit ein HDH richtig stark wird, muss er bestimmte Dinge wissen, bestimmtes Positioning beherrschen und so weiter und so fort. Und genau darum soll es halt in diesen Guides gehen. Ihr startet, wir starten quasi größtenteils bei Null, bringen euch dann dieses Bild so gut nahe, wie es geht. Dann natürlich immer mit Hilfe noch einer Person, die da wirklich einen Plan von hat. Und ja, ihr lernt es quasi Schritt für Schritt so ein bisschen mit uns, was ihr tun müsst und wie ihr dann damit auch weiterkommt. Und könnt euch dann mit so einem Bild, wenn ihr das ein bisschen ausprobiert habt, definitiv dann ins PvP-Wagen und vielleicht auch ins kompetitive PvP. So ein bisschen auf die Rangliste schielen, so wie wir beide das immer tun, ne, Domi? Man guckt halt doch immer, hey, guck mal nah an den Top 1000, ist doch was. 566, irgendwann komme ich wieder. Und wir haben auch schon, ich habe es mal als Forum-Thread im offiziellen Forum eingestellt, ein paar Rückmeldungen haben wir. Asani zum Beispiel, der zwischendurch mal auf Rang 1 steht, würde für uns eine Mesma demnächst mal ranbringen mit einem bestimmten Bild. Das wird sicherlich interessant. Man muss halt gucken, dass man es so ein bisschen strukturiert bekommt, aber halt auch so ein bisschen je nach den Leuten, die dabei sind, richtet. Das heißt, wenn da bestimmte Fragen zu Dingen sind, es kommt oft vor, dass man selber so als, in Anführungszeichen, Pro, sage ich mal, an so Kleinigkeiten oder an so Dinge, die man am Anfang überhaupt nicht wusste, niemals darüber nachdenken würde. Selbst in so einem Guide, in jedem Guide, den man macht, findet ein kompletter Anfänger immer was, was er überhaupt nie verstanden hat. Und da ist es halt perfekt, wenn man das Ganze in einem Livestream kombiniert und die Leute direkte Rückfragen stellen können. Und gerade, wenn ihr uns so auf unserer Reise dabei begleiten könnt, ist es, denke ich, auch mal ein bisschen strukturierter, wenn wir sozusagen mit, sage ich mal, in Richtung Null wissen. Wir, inzwischen, wir kennen natürlich die Klassen, aber es muss uns schon die Spielweise und so alles beigebracht werden. Und dann, es ist einfach was völlig anderes, als wenn man jetzt zum Beispiel auch so, wie wir das im Podcast gemacht haben, jemanden herholen, der uns ein Bild erklärt, der fix. Das ist natürlich gut für Leute, die sich schon in der Klasse auskennen. Die bekommen da die Sachen und dann wird angenommen, man kennt die ganzen Fähigkeiten schon, dann wird hier ein bisschen was gesagt, das kann man da und da nutzen, das ist die beste Kombination und dann hat sich das. Aber so Stück für Schritt, Schritt für Schritt lernen und, ja, ich denke mal, da kommt dann ein gutes, eine gute Struktur rein. Und natürlich die von dir erwähnten Fragen, an die man nie denken würde. Ja, das kommt öfters vor. Denkt man, denkt man wirklich nicht so dran. Ja. Ich denke, das wird dann, glaube ich, eine ganz, ganz gute Sache. Hilft natürlich auf der einen Seite vor allem Anfängern, auf der anderen Seite gibt das natürlich ein bisschen Bekanntheit auf giltnews.de. Nein, darum geht es uns wirklich nicht, sondern wirklich um die Anfänger auch, weil ich kenne das selber nur zu gut. Ich habe mich jetzt beim HDH-Engie auch ein bisschen, also natürlich nicht von Grund auf unbeholfen gefühlt, aber so ein bisschen war es halt schon komplett anders als mein Ranger, weil ich einfach weiß, wann ich was ready habe, wie ich mich wo zu verhalten habe, wann weiche ich aus, wie viel Ausdaueregeneration kann ich maximal, also wie viel, wie heißt es denn, das ist Ausdauer, wie der herstellt, so ein deutschen. Viga? Viga, ja, was heißt das Deutsch? Viga ist mir auch klar, aber auf Deutsch. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das Deutsch heißt, sorry. Viga auf jeden Fall stellt, erhöht die Ausdaueregeneration, dass wir uns schneller wieder... Elan. Elan, genau. Sehr gut, danke. Elan war das Wort, was ich suchte, genau. Und daher weiß ich ganz genau, weil ich über mein Ranger was wie tun kann mit dem HDH-Engie, war das wieder eine komplett neue Erfahrung. Genau. Man fühlt sich halt am Anfang ein bisschen verloren, wenn man in eine neue Klasse geworfen wird. Ich habe das letztens, ich hatte mich extra in den Elementalist ein bisschen probiert einzuspielen für das Elementalist Special, damit ich da auch ein bisschen Bescheid weiß. Also man bekommt halt direkt da mindestens 20 Skills ins Gesicht geworfen, zwischen denen man immer hin und her wechseln muss. Und natürlich kann man einigermaßen spielen dann, aber so richtig viel damit anzufangen, weiß man nicht. Und ja. Du bist nicht auf Anhieb. Genau. Und das soll dabei helfen. So ein bisschen so ein zusätzliches Format zu den standardmäßigen Guides, die es ja schon in den meisten Fällen zu Genüge gibt. Da wollen wir natürlich euch auch was bieten, aber so ein Nebending ist natürlich auch nicht schlecht. Nicht ganz so förmlich. Das ist quasi unsere Beginnerguides, die beziehen sich aber nicht nur aufs PvP mit Domi, sondern auch aufs PvE, wo ich dann mal auf ganz alltägliche Dinge eingehe, zu bestimmten Dungeons, wird man sowas machen können. Ich werde auch mal einen Anfänger streamen, wie solo ich bosse, wie gehe ich da von der Idee heran und so weiter. Natürlich vieles bezogen auf den Weitläufer, muss ich hier an der Stelle zugeben, weil es einfach meine Klasse ist. Aber ich denke mal, auch im PvE lässt sich sowas natürlich umsetzen. Ja. Gut. Du wolltest dann noch irgendwas zu deiner Kolumne sagen, wenn ich das richtig verstehe. Ja, es ging jetzt sogar ein bisschen aus dem Bereich Kolumne raus, vielmehr so in einen kleinen Rückblick. Rückblick ist irgendwo auch kolumnenmäßig umsetzbar. Und zwar ging es dabei um das Thema zurück zu Guild Wars 2, was hat sich nach dem Release getan? Ich muss ja selber sagen, ich kenne einige Leute, die Guild Wars 2 gequittet haben, gerade einige Guild Wars 1 Spieler. Das hat verschiedene Gründe. Manche Leute sind mit dem Spiel überhaupt nicht zufrieden, manche Leute nur in bestimmten Stellen nicht und so weiter. Und manche Leute haben sich halt auch nie wirklich intensiv in dem Spiel auseinandergesetzt und sind vor allem schon gegangen, bevor die ersten größeren Content-Patches kamen. Und darum habe ich mir gedacht, Mensch, jeder hat wahrscheinlich solche Leute in seinem Freundeskreis, warum nicht mal irgendwas so bar auf die Hand vorweisen können, wo ich sage, guck mal, das hat sich geändert. Meinst du nicht, willst du doch mal reingucken? Denn durch dieses wunderschöne Bezahlsystem, das er genannt hat, uns bietet, das heißt, Free-to-Play ist nicht Buy-to-Play, einmal gekauft, so viel Spielen, wie man will, hat jeder die Möglichkeit, immer wieder reinzuschauen. Und einfach mal so eine Liste zu haben, Mensch, das sind so die großen Änderungen, schau doch mal wieder rein, habe ich mir gedacht, schreibst du mal so eine kleine News dazu. Bei den Änderungen im PvE zum Beispiel, ich habe nur die wichtigsten Sachen genommen, jetzt nicht jede Kleinigkeit, erst recht nicht jede Klassenanpassung oder sonstige Dinge. Da hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr drauf eingehen können und mir ging es wirklich um die Core-Dinge, also um die Kernveränderungen in Guild Wars 2, die einen eventuell motivieren könnten, wieder in das Spiel einzusteigen. Das sind zum Beispiel für PvE-ler Fraktale. Fraktale war ein ganz, ganz großer Punkt, finde ich, was so Langzeitmotivationen angeht, vor allem, wenn man daran interessiert ist, zwar sich wiederholenden Content zu spielen, aber auch selber am Schwierigkeitsgrad zu wachsen. Ich persönlich hatte immer so dieses, okay, du gehst ein Level ab, du gehst ein Level ab und irgendwann spielst du da, wo die großen Kids spielen, so nach dem Motto. Das ist wie so eine Rangliste, nur halt, du weißt, irgendwann ist Ende dieser, also eigentlich gibt es, es gibt ein Ende bei 80, aber das hat noch niemand erreicht und du selber wirst zwar auch nicht der Erste sein, der es erreicht, aber hey, so 40 klingt ja schon ganz geil. Und so nach dem Motto geht man da halt auch so ein bisschen von der Motivation her an die Fraktale ran und daher finde ich, dass Fraktale ein sehr, sehr wichtiger Punkt fürs PvE sind zum Beispiel oder eine der größten Änderungen, die auch ein bisschen Langzeitmotivation mitgebracht haben. Dann gab es natürlich noch eine sehr, sehr schöne kleine Erweiterung allgemein, nämlich die Südlichbucht kam auch mit den Fraktalen. Wir haben schon mal ein Gebiet mehr, wir haben einen Ort mehr, an dem man farmen kann, wir haben einen Ort mehr, an dem man Erd zusammen kann und einen Ort mehr, an dem sich Jumping-Puzzles befinden, zwei weitere Jumping-Puzzles, das ist ja auch immer ein Motivationspunkt. Ich wünsche mir öfters mal solche Gebiete, einfach noch ein neues Gebiet hingesetzt, wieder für Level 80, wo zwei neue Jumping-Puzzles drin sind, ein paar Events, vielleicht noch ein paar Herzchen wieder, so wie es im Eisklammsund ist und schon hat man was zu tun, man muss die Welt kompletieren, das dauert nochmal einen Ticken länger, man hat wieder Jumping-Puzzles zu erledigen und so weiter, deswegen finde ich die Südlichbucht auch eine recht große und wichtige Änderung. Es wurde übrigens gerade im Chat geschrieben, dass Fraktal 80 erreicht wurde. Was? Ja. Wer hat das denn geschrieben? Nauda. Nauda? Achso, vor dem Heartcat-Patch auf 50, ja. Ja, vor dem Patch, das stimmt schon. Ja gut, okay. Aber jetzt kommt man über Level 50 nicht mehr hinaus. Das ist eine besondere Schwierigkeit. Was Fraktale genau sind, da würde ich euch da doch einmal schnell empfehlen, da möchte ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Auf gitnews.de gibt es zum einen einen allgemeinen Fraktal-Guide und halt die News zu unserem Fraktal-Beginner-Stream. Die beiden kann ich euch da sehr ans Herz legen. Die findet ihr auch relativ schnell, wenn ihr rechts am Rand in der Suche Fraktale eingebt, da erkläre ich das nochmal genauer. Die Lorbeeren war so der dritte Punkt auf der Liste, natürlich eine ganz, ganz große Veränderungen in den letzten Monaten waren die Anpassung der tätlichen Erfolge und die damit einhergehenden Lorbeeren. So kann man sich jetzt, hat man ein bisschen mehr Variationen in den Dailies, bis Januar hieß es ja nur, unterschiedliche Gegner töten, viele Gegner töten sammeln, Events machen. War jetzt nicht sehr spannend, muss man sagen. Jetzt gibt es mit Ausweichen, mit in bestimmten Gebieten Gegner töten, mit Wiederverwerten, mit Handwerkern und so weiter und so fort. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die tätig zu machen. Auch angepasst aufs WVW, die haben inzwischen ja auch ihre eigenen täglichen Erfolge fürs WVW, damit sie nicht rumweinen können. Das heißt, da kamen auf jeden Fall auch mit den Lorbeeren natürlich neue Items und andere Dinge ins Spiel, wie der Langzeitmotivationsfaktor, Gildenmissionen auch ein ganz, ganz großer Faktor, der für Langzeitmotivation sorgt. Die Kopfgelder, die verschiedenen Puzzles und Challenges und so weiter, da sind auch spannende Dinge bei, die uns hier auch auf unserer Seite begleiten. Und natürlich die lebendige Geschichte, wo ich nochmal auf die vergangene Geschichte eingehe, aber auch auf das, was kommt. Auch immer ein wichtiger Punkt, die lebendige Geschichte ist ja weder mit Flamme und Frost noch jetzt mit dem Geheimnis um Südlicht, beziehungsweise jetzt im letzten Gefecht auch südlich beendet. Dann kommt ja noch mehr und auf Dauer soll uns das ja auch in die Geschichte eines Expansion Sets bringen. Heißt, eventuell treffen wir auch mal darüber einen Drachen oder zumindest auf Anhänger eines Drachen, wer weiß. Ganz, ganz wichtiger Punkt im PvE sind auch immer die Events. Ich sage nur Halloween, Weihnachten und die Super Adventure Box. Drei super lustige Dinge, wie ich finde, zu denen, die man auf keinen Fall verpassen sollte und die sich vor allem auch wiederholen werden. Events sind wirklich eine der Sachen, die GW2 wirklich machen. Da packen sie echt immer tolle Sachen aus. Ja, das auf jeden Fall. Wer die verpasst, das ist immer so ein bisschen schade, finde ich. Es kam übrigens vorhin die Frage, was sind Fraktale? Habe ich schon gerade beantwortet. Echt? Ich habe gesagt, sie sollen genauer die Seite durchsuchen. Ich habe ja den Fraktal-Anfänger-Stream und so weiter und so fort. Ah, okay. Vielleicht hatte ich da gerade gelesen. Man könnte einfach mal ganz kurz sagen, Fraktale sind Dungeons, dessen Schwierigkeit sich immer und immer weiter erhöht. Ja, sogar, wenn man es genauer nehmen will, neun verschiedene Dungeons, von denen man drei zufällig zugelost bekommt. Ja, grundlegende Erklärung, das konnte man immer kurz machen. Sondern Mini-Dungeons dann auch, wenn man es genauer will. Okay. Da gab es noch Änderungen im BVW. Auch da einmal kurz darauf einzugehen, natürlich die Entfernung des Cullings. Ganz, ganz wichtiger Schritt. Ja. Für Leute, die BVW demotiviert waren, die World XP, Fallen im BVW und jetzt natürlich auch die aufgeschiedene Rüstung im BVW. Das PvP hat natürlich auch ein paar Änderungen bekommen. Neben neuen Karten, Überfall auf die Steinbock, Tempel des stillen Sturms und Geisterwacht. Natürlich auch das Potato Mord, die Custom Arenas und immer wieder Anpassungen im Balancing. Das finde ich, wird viel zu oft unter den Tisch gekehrt. Das ist ja nicht so, sagen wir mal, bis auf den Krieger. Wobei, wie wir auch herausgefunden haben, ist er nicht komplett nutzlos, wenn man ihn richtig spielt. Ist eigentlich keine Klasse im PvP, wo ich sagen würde, oh mein Gott, wir haben verloren, nur weil wir die dabei haben. Haben wir die auch mit dem Warrior nicht. Personen vielleicht, aber nicht Klassen. Ja, eben. Obwohl, man muss schon sagen, man sieht nicht so gerne einen Nekro oder einen Warrior in seinem Team. Vier Nekros auf einmal, haben wir ja gesehen, das geht. Das war ganz unterhaltsam, ja. Ja, stimmt. Ja, und das war halt jetzt mal so ein kleiner Rückblick, was ist alles so dazugekommen. Wenn man das jetzt mal so sieht, eigentlich ist das doch eine ganz schöne Menge für neun Monate. Mal schauen, was uns noch in Zukunft so erwartet. Wie gesagt, neue Fraktale sind angekündigt. Weitere Fortsätze zu einer lebendigen Geschichte sind angekündigt. Weitere PvP-Karten sind angekündigt. Das heißt, wir haben noch einiges offen, was Patches in der Zukunft angeht. Ja. Viel zu tun. Newstyle durch, Dominik. Da wir heute kein Loreteil haben, auch kein Hörspieltrainer, nichts, haben wir beschlossen, damit wir auch ein bisschen vorankommen, heute einfach mal durchzuziehen ohne Pause. Genau. Domi, das PvP-Round-Up wird das nächste sein. Wir sind jetzt aber auch schon wieder eine Stunde, 20 Minuten dabei. Ja, das ist unglaublich. Diesmal ist das PvP-Round-Up auch nicht so lang und genau dazu werden wir nämlich kommen. Also, ich würde einfach sagen, wir steigen mal direkt mit der großen Sache letztes Wochenende ein. Und das war, denke ich mal, das MMORPG Invitational. Das hat sich nur auf die Nordamerikaner bezogen. Eigentlich, also auf die nordamerikanischen Server. Aber Made in Matter war da trotzdem dabei. Ich möchte übrigens jetzt sagen, also beim PvP-Round-Up, ich kann vielleicht einmal, irgendwann baue ich uns nochmal einen Spoiler-Button unten rein. Also jetzt, wenn ihr nichts gespoilert haben wollt von den Sachen, dann schaltet jetzt irgendwie zwei Minuten ab oder sowas. Keine Ahnung. Was guckst du so krummelig? Meine Kamera ist gerade so aufgespackt. Ach so, ja, die wird ein bisschen blurry. Naja. Also, dazu könnte man vielleicht sagen, MIM, also Made in Matter, waren die einzigen nicht-nordamerikanischen, glaube ich, die da teilgenommen haben. Sonst hat sich das wirklich auf die Nordamerikaner bezogen. Und für die Leute, die es vielleicht verpasst haben, wenn ihr unglaublich interessante Matches sehen wollt. Ich glaube, das war so ziemlich das beste Match, was machst du da? Mach einfach weiter. Das beste Match, was ich bisher überhaupt gesehen habe in meiner kompletten GW2-Geschichte, war da das Halbfinale Made in Matter gegen Team Sleepy. Also, wenn ihr vielleicht auch noch nie ein richtig vernünftiges PvP-Match aus einem Tourney gesehen habt, dann geht zu dem MMORPG-YouTube-Kanal, da ist das Halbfinale Made in Matter gegen Team Sleepy oder auch ZZZ, wie sie sich nennen. Unglaublich geiles Match. Ich kann vielleicht mal kurz davon spoilern, das waren drei Matches, also da war der Ausgleich nach einem zweiten Match, aber lächerlich geil. Man könnte auch nochmal sagen, es kam auf einen Dual-Lord-Kill am Ende, also ein doppelter Lord-Try auf beiden Seiten, unglaublich spannende Szene und sonst so dermaßen knapp. Das war wundervoll anzusehen und herrlich spannend. Meiner Meinung nach auch das beste Match aus dem kompletten Tourney. Ich würde euch da jetzt gern eine Szene daraus zeigen, die ein oder andere, weil da waren hier und da auch mal ein bisschen, ein Team war nicht so wirklich erfahren oder ein paar mehr waren jetzt nicht so unbedingt auf dem Level von den richtigen Pro-Teams, aber da waren schon unglaublich geile Sachen dabei, die ich euch gerne zeigen würde, aber ich habe selbst verkackt und habe zu spät eine Message an MMORPG geschrieben, das heißt, ich habe noch nicht das Okay, das Footage zu benutzen und jetzt ist leider zu spät. Vielleicht, Alex, während du da mit deiner Kamera rumspielst, könntest du vielleicht mal kurz nützlich sein und auf unserem G-News-Account schauen, ob wir vielleicht jetzt eine Message haben, ob es vielleicht gerade noch reingekommen ist. Ich habe letztendlich geguckt. Ja, ich kann schauen. Vielleicht kann ich da auch noch was zeigen, aber letztendlich kann ich nur sagen, schaut es euch selber an. Ein bisschen als Recap, also im Finale, ich glaube, das ist so ein Ding, was sich irgendwie durch die gesamten Turniere zieht. Halbfinale ist fast, also zumindest bei allen, die ich jetzt, okay, ich habe keine Ahnung, das irritiert mich leicht. Bei allen Turnieren, die ich bisher gesehen hatte, war es einfach so, dass das Halbfinale um einiges spannender war als das Finale letztendlich. War bei diesem Mal wieder so, Made of Matter gegen Sleepless, nee, Team Sleepy war unglaublich geiles Match, bestes, was ich je gesehen habe. Finale war Team Sleepy gegen Team PZ und da hat Team Sleepy direkt in einem Best of Five 3 zu 0 abgeräumt. Das erste Spiel war einigermaßen knapp, die anderen beiden dominant gewonnen und das Finale war jetzt, muss ich leider sagen, nicht das Interessanteste, was ich je gesehen habe. Weil dann mehr ein Schritt nach unten. Aber letztendlich Team Sleepy gewonnen, Team PZ waren die Zweitplatzierten damit und soweit ich das mitbekommen habe, wenn ich nicht extrem irgendwas verpasst hatte, hatten die kein Match um den zweiten Platz, vor allem vielleicht auch einfach um den dritten, weil sie keine Gewinne für die Plätze unterhalb des ersten hatten, glaube ich. Das ging damit, glaube ich, um 2000 Games für jeden aus dem Team und einen Charplaschi, glaube ich, noch dazu. Da hatten sie nichts für die zweiten, aber trotzdem schaut euch Made of Matter gegen Team Sleepy an. Dann weiteres hätten wir noch einmal eine Sache, die wir erwähnen wollen von unserem amerikanischen Co-Caster da jetzt bald. Blue, der macht nämlich jetzt ein Weekly Roundup, in dem der sich ein paar Sachen, die geschehen sind, wie zum Beispiel das Master of the Mist Tourney oder das MMORPG Invitational, hat er jetzt noch nicht, hat aber auch selbst gecastet, nimmt er sich nochmal vor, schaut sich den Replay in seinem Player an, stoppt an den wichtigen Stellen und erklärt nochmal die Einzelheiten. Gerade beim ersten hatte er erwähnt, dass das sehr anfängerfreundlich da ist, weil er wirklich alles nochmal erklärt. Ich glaube, dass es dann im späteren Verlauf der Sendung, also Weekly Roundup wird immer wöchentlich kommen, dann ein bisschen mehr noch ins Detail gehen wird, also nahezu eigentlich so ein Breakdown Situation zu Situation, was ist da passiert, was hätte gemacht werden sollen, falls irgendwas schiefgelaufen ist und, und, und. Da bekommen wir nochmal so einen richtigen In-Depth-Log von den ganzen Tourneyspielen. Ja, mich persönlich ändert das immer sehr, sehr stark so eine Mischung aus Doppelpass und Bundesliga aktuell, so für die WF, wollte ich gerade PvP-Fußballer sagen. Okay, also für die Fußballfans und euch. What the fuck. Es ist halt wirklich, er stoppt die Situation, er zeigt, wie ist Positioning, was hätte ich wo anders machen können, anders machen müssen, anders machen sollen, warum ging der Kampf so aus, wie er ausging und so weiter. Ich finde das extrem spannend, dabei zuzusehen, extrem spannend. Ja, ist es auch. Also schaut da mal rein, das wäre auf YouTube, unterteilt ihr die noch in die einzelnen Matches, ist das youtube.com slash drblue, also dr mit c, Englisch halt. Das ist sein Channel und natürlich Blue, war es 24 oder? Nee, 42 oder? War sie 42? 42, Blue 42 auf Twitch. Oder? Da macht er das dann auch, da ist das dann in einem Stück. Also eigentlich Blue kennt man ja auf Twitch, aber seinen YouTube-Kanal könnte man vielleicht mal sagen, Dr. Blue halt, für die, die den noch nicht mitbekommen haben. Ja, bevor wir dann zu den Upcoming Tourneys kommen, da gibt es einige, da greife ich auch mal ein bisschen sehr weit vor, die werde ich dann im nächsten auch nochmal erwähnen, nur falls ihr da irgendwo dran teilnehmen wollt oder das euch anschauen wollt, weil da sind auch ein paar so zum selbst dran teilnehmen, da werden nicht nur die krassen Leute sein. Aber man könnte vielleicht einmal so, es gab nicht allzu viel sehr, sehr interessante Sachen, diesmal auf dem GW2 eSports Reddit. Kann ich nur empfehlen, Leute, die an PvP interessiert sind, geht zum GW2 eSports Reddit. Aber, ja, man könnte eigentlich nochmal sagen wieder, dass ihr bei, wie heißt es denn, ISL war es, ne? Ja, nee, MLG. Nee, MLG. MLG, genau. Bei MLG, warte, hast du den, ich habe den Link hier vielleicht nochmal eben kurz, ich suche den Link mal raus. Stimmt bei MLG für diesen Link, den ich jetzt im Chat habe und im Wort wird der unten nochmal drin sein. Falls ihr das noch nicht getan habt, stimmt für Guild Wars 2 ab, damit Guild Wars 2 in die Major League Gaming League kommt. Major League Gaming League. Naja. Auf jeden Fall soll sie da reinkommen, das wird das PvP, den eSport in GW2 auf jeden Fall weiterbringen. Und falls irgendjemand denkt, er ist gut genug, eine interessante Sache, Made in Matter sucht momentan ein, ähm, ein HGH Engineer und ich muss da nochmal auf das Ding drauf gucken und ein Elementalist, glaube ich. Ja, es ist nur 200 Rangliste-Fahrungen, haben wir alle. Juff. Äh, genau, ein HGH-Engie oder ein Roma-Ele. Also, wenn ihr eins davon lächerlich gut könnt, dann schaut mal bei Made in Matter vorbei. Wollt man einfach nochmal. Du bist immer noch mit deiner Kamera beschäftigt, das war lächerlich. Nee, ich hab nichts gemacht, ich hab nichts gemacht, das macht ihr ganz von selbst. Ich habe nichts gemacht, ich war gerade sogar nebenbei auf, äh, eSports, also auf, äh, Guild Wars 2 eSports bei Reddit und hab mir, äh, dieses, dieses, dieses lustige Ding von GW2 Hub angesehen, wo sie Guild Wars 2 Trading Cards als Preise raushauen, obwohl ich bis heute nichts wusste, aber okay. Es gibt Guild Wars 2 Trading Cards? Nein! Hä? Hier steht, äh, das ist, das ist irgendwas mit PvP, Gold Giveaway, SPVP Screenshot Competition und der First Prize ist, äh, äh, 50 Gold alongside a full set of Guild Wars 2 Trading Cards. Von denen ich bis heute persönlich noch nichts wusste. Falls ihr Guild Wars 2 Trading Cards habt, ich hätte auch gerne welche. Meldet euch bei mir. Okay. Ja, da, da würde ich vielleicht gleich auch mal ein paar von nehmen. Naja. Ja, okay, äh, ja, dann kommen wir jetzt zu dem letzten von meinem PvP Roundup und zwar den Upcoming Tourneys, also die kommenden Turniere. Da hätten wir als erstes Mal direkt in nächster Nähe, das kann, äh, können uns, äh, können wir uns leider nicht direkt live angucken, weil das diesen Sonntag ist, der 2. Juni, ist das Master of the Mist, äh, reloaded sozusagen für die Nordamerikaner. Da, ja, ja, letztendlich dasselbe, was ihr letztes Wochenende gesehen habt oder, ja, jetzt vorletztes Wochenende gesehen habt, nochmal N.A. Du mit deiner Kamera, Mann. Ich erinnere mich, es tut mir das von selbst. Dann haben wir am 7. Juni das No Mercy Community Cup Turnier. Das ist ein Turnier, äh, bei dem könntet ihr zum Beispiel auch teilnehmen, wenn ihr meint, dass ihr in einem One-on-One gut abschneiden würdest. Da, äh, am 7. Juni fängt es an, ich mein, es war auch noch, ich kann nochmal da kurz drauf gehen, da gibt es Sachen im englischen Forum zu. Ähm, es ist, ja, ein One-on-One-Tourney und am 7. Juni, wenn ihr gewinnt, könnt ihr 2000 Games abräumen für den ersten Platz oder auch einfach ein bisschen Spaß haben in One-on-One-Tourneys. Würde ich sagen, ist eine Sache, da kann man vielleicht mal vorbeigucken für alle, die vielleicht daran interessiert sind, kann ich auch nochmal den Link in den Chat packen zu dem Forum. One-on-One-Tourneys ist auch nochmal, ich, äh, finde das sehr interessant, wenn mal ein bisschen von dem standmäßigen 5v5 weggegangen wird, wie zum Beispiel wir das auch machen. Und damit würde ich vielleicht eine gute Überleitung haben. Es gibt doch, gibt es zwei Trading Cards. Es gibt, gibt es zwei Trading Cards, nicht wirklich? Ja, gibt es, doch, gibt es wirklich. Äh, und zwar bei der Gamescom 2010 gab es, äh, zwei Random Cards pro Person insgesamt 25 unterschiedliche. Ja, ich hab hier mal gerade eine Galerie, warte, die schreibe ich mal hier ins Ding jetzt. Das hab ich, soll ich die mal einblenden? Ja, genau. Wäre eine coole Sache, wir schieben mal kurz einen Trading Cards. Mitten drin, oder, oder wollen wir das, äh, reinbringen, wenn ich fertig bin? Ich hab nämlich nur noch, also, nach dem, äh, One-V-One-Ding, da musst du, ich muss dir Links nachher schicken, musst du in den Wort da unten reinpacken. Ja. Äh, haben wir noch am 8. Juni, direkt den Tag danach, das Team Paradigm Invitational. Invitational sagt schon halt eingeladen, dafür, da hattest du ja auch, glaube ich, eine News drüber geschrieben. Da, äh, steht das Roster schon für fertig und das wird halt über eine sehr, sehr lange, äh, eine längere Zeit auch laufen. Vier Wochen. Vier Wochen, gut. Äh, mit mehreren Spielen dann am Wochenende und dann mit den, äh, Punkten. Ich glaub, das ist auch seltsamerweise ein Best-of-Two. Ich find das gut. Damit man halt auch einen, äh, Gleichstand haben kann. Mhm, genau. Also, ja, warum nicht? Doch, geht eigentlich. Also, da sind auf jeden Fall so ein paar bekannte Teams eingeladen. Ich weiß nicht, äh, Team Ugly kennt man, glaub ich, aka GL. Pish, Made in Matter, Civilized Gentlemen, das ehemalige Cursed Team. Also, da ist so schon die, äh, die Krone, die, äh, Spreu vom Weizen getrennt, vom, von der PvP-Community. Schaut da mal rein. Da werden wir dann für vier Wochen lang an, äh, anfangend am 8. Juni Unterhaltung haben in Sachen E-Sports. Und 19. Juni gibt es dann eine weitere interessante Sache, das so ein bisschen vom Normalen weggeht. Und zwar ein Single-Profession-Tournament. Das, äh, wird veranstaltet von Sit-on-a-Couch-Game, äh, ich, oder Team-Sit, ne, einfach nur Sit-on-a-Couch. Äh, da gab es schon eine nordamerikanische Version von. Und jetzt soll es auch eine, äh, EU-Version geben, am 19. Juni. Und zwar kann man sich da mit, äh, ja, letztendlich, wie, wie es sich schon anhört, fünf Leute, selbe Klasse, gegeneinander. Welche Klasse kommt da am besten raus? Hör bitte auf, damit rumzuspielen. Ich mache überhaupt nichts. Du hast gerade rangesoomt. Nein, ich mache nichts. Das tut ja echt von alleine. Sorry, ich weiß nicht, was da los ist. Mich nervt das übrigens auch sehr. Mann. Naja, äh, dazu bei dem, wo war es nochmal? Genau, bei dem, äh, Single, oder war es dabei auch? Bei dem Single-Profession-Ding gibt es dann noch die Begrenzung, dass man nicht höher sein darf als Rang 35. Oder vertausche ich da jetzt Turnies, weil ich finde, nee, hier, genau. Man darf nicht höher sein als Rang 35, um da ein bisschen, äh, wirklich dann die Klasse spielen zu lassen und nicht, dass da einfach die ganzen, äh, High-Skiller da hinkommen. Das heißt, vielleicht mache ich da auch noch mit. Wird da auch Bock drauf? Meld mich da als Thief an, verteidige die Ehre der Thieves. Da sind auch schon so ein paar Coaches, also ein paar High-Level-Spieler sind da dann bei, Danto, Bato Sai als Ranger, Denshi als Elementalist, Engineer, Warrior, Thief und Mesmer haben sie noch nicht. Aber wenn ihr unter Rang 35 seid, dann könnt ihr euch da anmelden, werdet dann in eine Gruppe gesteckt aus mehreren, was auch immer ihr für eine Klasse spielt. Und dann könnt ihr die Ehre eurer Klasse in dem Turnier dann verteidigen. Ich glaube, ich werde da echt dran teilnehmen. Vielleicht auch bei dem One-on-One-Ding. Das könnte, glaube ich, interessant werden. Ich bin ja am Überlegen, weil, äh, als Ranger hast du, äh, theoretisch, das ist halt richtig brutal, wenn du da ein, äh, ganz so schlechte Chancen hast. Weil du hast nämlich, du kannst theoretisch da wirklich ein Team-Bild aufstellen. Banker, Condition und, äh, Full-Berserker-Ranger. Funktioniert alles drei gut. Und daraus lässt sich wirklich ein ordentliches Team-Match-Up sogar stellen. Ich glaube, ich muss mal Soldaris als Thief-Coach hinholen. Ich glaube, das würden die bei Made-in-Matter schon versucht haben. Ich glaube, Soldaris dreht sich da auch nicht so ganz in den Vordergrund. Warum ist der so stumm? Naja. Na gut, das wären dann die Sachen, man könnte vielleicht noch, äh, die wichtigste Sache von allen erwähnen. Der zweite Gate-News-Cup. Ja. Der wird auch noch passieren. Ja, da wird es ein paar Änderungen geben, über die allerdings rechtzeitig, also im Bestfalle, morgen, aller spätestens zum Wochenende hin. Über alles informiert werdet. Es wird ein paar Änderungen geben, äh, die sich auch das gesamte, also die Art des Turniers wird bleiben, aber es wird ein paar Änderungen geben. Mehr kann ich jetzt dazu noch nicht sagen. Es wird aber stattfinden und, äh, so wie es aussieht, auch am 9. ist das, glaube ich, ne? Ja, Sonntag der 9. Juni. Und wenn wir viele Anmeldungen haben, 8er und 9er mit Vorrundern und sowas, also da, äh, werden wir dann sehen, wie das abläuft, aber das wird auf jeden Fall auch noch passieren. Also, um es nochmal zusammenzufassen. 2. Juni, Master of the Mist, Nordamerika. Äh, 7. Juni, No Mercy, 1 gegen 1 Turnier. 8. Juni, Team Paradigm Invitational für vier Wochen von da an. 19. Juni, Single Profession von Sit on a Couch. Und irgendwo dazwischen, dann wahrscheinlich am 9. Juni, kommen dann wir nochmal mit unserem 3 gegen 3 Turnier. Jo. Gut, dann gehen wir noch einmal, äh, schnell auf die Trading Cards ein, bevor wir, äh, wieder bei zwei Stunden, wenn wir gleich durchsuchen. Das ist lächerlich. Der Trading Card Ding steht im, äh, Chat. Im Chat? Wiki. Also es ist wohl kein, äh, wirklich gedacht. Das ist kein Wikilink. Doch. Ach, 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 in dem Chat. Ja, in dem Chat. Ah, okay. Das ist, das ist also wohl kein klassisches Trading Card Game, sondern es sind halt wirklich solche Karten zum tauschen irgendwie. Azura, äh, City, also Rathasum sieht man da. So. Man sieht ein Azura Guardian. Wir haben Soldier. Soldier. Ach so, und, und, und dann auch, auch nicht mit, äh, Stats und sowas dazu, sondern einfach nur ein schönes Art Design. Genau. Ich finde die persönlich echt geil, so rein optisch. Ja, ich kann noch mal ein bisschen näher ranzoomen. Soldier. Dann, Azura City. Ja, Rathasum. Da steht nur Azura City. Ja, das alte Bild, glaube ich, aus GW1, wenn ich das richtig sehe. Ah. Oder? Das sieht nämlich nicht so aus wie der schwebende Würfel, sondern eher wie die Stadt am Boden. Vielleicht da hinten irgendwo am, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, ja, man weiß es nicht. Golem und hier kommen die ganzen Char und ja, Logan Thackeray. Sehen, wie ich persönlich finde, eigentlich ganz geil aus. Ich fände das persönlich ganz geil irgendwie sowas. Sowas könnte man gut über den Podcast zwischendurch raushauen. Zwischendurch? Ich glaube, irgendwie kommen die mir so vor, als wären die so unglaublich selten und sollten auch so bleiben. Ja, natürlich sollten die so bleiben, aber wenn es dann irgendwas in den Hintern gibt. Man weiß ja nie. Gut. Kommen wir, ich hoffe, du hast dir eine Frage überlegt, Domi. Ach, verdammt, das gab es ja auch noch. Ja. Warte mal, lass mich ganz kurz nachdenken. Genau, für Leute, die mir beim PPP Roundup zugehört haben oder die ein bisschen was, die ein bisschen PvP sich da informieren. Wer hat denn das, dieses Wochenende oder letztes Wochenende an sich, MMORPG.com Invitational gewonnen? Oh. Oh, also heute mal aus der PvP-Begeisterte und dann eine Lorequiz überlegen. Genau, also wenn ihr die Antwort kennt, jetzt direkt schon in den Chat schreiben, sofort. Ja, holen wir noch mal die Frage. Es reicht entweder die Abkürzung oder der richtige Teamname, also diese komischen vier Buchstaben maximal, die man sich dann noch auswählen darf. Oh, da hat jemand nicht zugehört. Naja. Gut. Während da noch Antworten kommen, ja, wiederholen wir mal ganz kurz die Frage am besten. Achso, wiederholen wir die Frage. Wer hat das MMORPG.com Invitational letztes Wochenende gewonnen? Gut. Jetzt gehe ich mal schnell auf den Forum-Podcast der Woche ein. Und zwar geht es, wie ihr euch wahrscheinlich schon nach meinen vorherigen Beiträgen denken könnt, um die WVWler. Und zwar speziell um die Änderung im WVW in Bezug auf die aufgestiegenen Gegenstände. Und zwar beschweren sich hier verschiedenste Leute, dass das einfach viel zu ungerecht wäre, dass man die aufgestiegenen Gegenstände immer noch nur über Lorbeeren bekommt. Und wir erinnern uns, ich hatte nett darauf hingewiesen, so ein kleiner Zeitstrecker ist da mit drin, so balancing technisch ist das auch wichtig, damit nicht die ganzen PvEler anfangen PvP zu machen. Und trotzdem beschweren sich ja die WVWler darüber, dass das ja total ungerecht wäre. Sie kriegen eine zusätzliche Änderung, nämlich diesen Minus-1%-Schaden von Wachen oder Plus-1%-Anwachen, den sie mal nebenbei dazubekommen. Sie haben eine Truhe, wo sie die Chance haben, aufgestiegene Ringe zu erhalten. Aber nein, neun von zehn Spielen aus dem WVW beschweren sich. Und zwar komplett. Da kommen dann auch solche Sätze wie, Arnett, sag doch einfach, wenn ihr keine WVWler mehr haben wollt. Wir können dann, was? Wir können dann die, da können die Leute ihre Zeit in andere Games investieren. Oder hier, äh, Dach, äh, warte mal, ach nee, das war auch so, dass ich sogar über einer der Ahnung hatte. Ähm, oder hier, ach, das ist auch schön. Dass die, äh, WVWler-Arena nicht gleichgültig sind, haben sie doch schon dadurch gezeigt, dass es über ein halbes Jahr gedauert hat, um aufgestiegene Items überhaupt, äh, fürs WVW, äh, überhaupt für WVW-Spieler verfügbar zu machen. Vom Aufwand der Programmierung her dürfte es eine Sache von einer Stunde gewesen sein. Sie mussten halt warten, bis wirklich jeder PvE-Spieler bis zum Umfallen die Fatale abgefarmt hat, um alle aufgestiegene Items zu bekommen. Erst dann durften die Zweitklassen, äh, ach so, die zweite Klasse-Spieler, WVWler, auch ein Stück vom Kuchen abbekommen. War ja nicht so, dass wir PvEler auch alle, mal abgesehen vom Ring, nur Daddies machen mussten. Auch, äh, sehr, sehr schön ist der Typ, der sich hier beschwert darüber, äh, dass Ringe nur zufällig in Truhen sein können. Ich weise einmal freundlichst darauf hin, dass wir PvEler, der Todfeind aller WVWler scheinbar, ja zwischen unsere Ringe auch nur per zufälligen täglichen Truhen erhalten. Ihr erhaltet sie durch Rang-Truhen. Das heißt, ihr habt mit etwas Glück, schafft ihr an einem Tag locker mehr als einen Rang. Das heißt, ihr kriegt diese Truhe öfters als an einem Tag. Aber beschweren wir uns? Nein. Einen herzlichen Gruß an mindestens 35 unterschiedliche WVWler, die sich heute im offiziellen Forum beschwert haben. Ihr seid meine persönlichen Helden. Mein Lieblingsflame ging es auch direkt gegen mich, nachdem ich die Situation mit Spielern A, B und C vorgestellt habe. A war bei mir der feine Spieler, der jeden Tag seine Daily macht und WVW spielt. Spieler B war der, der sich ansonsten, wenn es nur für Abzeichen da wäre, an einem Abend nach dem Reset sich komplett in aufgeschiedene Rüstung angehört hätte. Und Spieler C war der PvEler, der sonst nur noch WVW spielen würde. Daraufhin erhielt ich noch einen netten Flame zurück. Von wegen, ich hätte doch keine Ahnung, wie MMOs funktionieren. Diesem Herrn bedanke ich mich ganz besonders und würde sagen, vor dem Bobben ist der Woche, WVWler sind niemals glücklich. Egal, was man ihnen in den Arschliebt. Ich denke, das ist eine Tatsache. Gut, stimmt, das ist sogar noch mehr als eine Tatsache. Ja, bezüglich der Frage, ich habe gemerkt, anscheinend hört mir keiner zu. Der Einzige, der es richtig hat, war Raffi. Und bevor du angegeben hast, da mit dem 3 zu 0, ja, ich finde das gut, dass du mir zugehört hast, aber dafür kannst du Sleepy nicht schreiben. Aber es war Team Sleepy. Ich habe es oft erwähnt, aber ich glaube, das war glatt noch so ein bisschen Market Research hier mit der Antwort, weil ich glaube, ich muss grafische Unterstützung hier mit einbringen beim nächsten. Ja, das ist eine gute Idee. Das Ding ist nur, Raffi ist Mitarbeiter und hat selber das Golf bestellt. Das heißt, wir können Raffi jetzt schlecht sein, das Golf gewinnen lassen. Ergum, jetzt werden wir eine kleine neue Frage stellen. Und ich mache es jetzt mal einfach von der Zeit abhängig, ja? Hört mir genau zu. Wie heißt der Golem, den man im Explorable Mode von Kannas Unterschlupf besiegt? So, das ist jetzt eigentlich nur eine Zeitsache. Damio, du hörst mir nicht zu. Echt mal Damio? Schäm dich, ich habe mich jetzt so viel gelohnt. MIM hat Dritten gemacht oder Vierten, es gab kein Entscheidungsspiel. Die haben im Halbfinale gegen die Gewinner Team Sleepy verloren. MIM hatte das europäische Master of the Mist gewonnen. At 3 Replay, du spielst erst seit zwei Wochen. Das ist ja kein Problem. Wir haben das ja alles gerade, wir haben ja gerade erklärt, dass wir gerade für Beginner demnächst mehr machen wollen. Und wenn du halt bei irgendwas Hilfe brauchst, schreib mich einfach ingame an und dann helfe ich dir dabei gerne oder halt per E-Mail. Ging das jetzt nicht um die Fragen, die gleich kommen würden? Ja, ich habe es nur noch mal darauf hingewiesen. Achso. Ja. Gut. Niemand hat hier... Weiß keiner, wie der heißt? Jetzt gibt sich auch keiner die Mühe. Gut, machen wir es ganz einfach. Wie heißt denn der Endboss aus dem Story Mode von Karnas Unterschlupf? Also, wenn ihr mich da jetzt nochmal enttäuscht, dann... Ah, Subdirektor 0. Da, bitte. Da kommt sie doch noch. Haben wir so ein Delay gerade drin? Noxley? Ja, dann müssen wir leider... Sorry Männer, aber Noxley hat es noch soeben geschafft. Ja. Möchtest du denn auch um die 5 Gold jetzt gleich spielen? Jedenfalls ja, komm mal zu uns ins TS. Damit ich die TS-IP nicht immer schreiben muss, haben wir ja unseren guten Nightbot. Das haben wir mir auch beigebracht. Kann der auch Männchen machen? Ist der Stuben rein? Nee, aber er kann dir... Habe schon Nightbot. Rolle, Rolle. Er kann dir sagen, wie alt du bist. Krass. Krass. Da hast du auch einen Kumpan im Funk gefunden, ne? Unheimlich. Ich hatte Spaß mit dem Typen. Er kann mir sagen, wie alt ich bin, falls ich das mal vergesse. Ja, das ist schon ganz lustig. Theoretisch muss dann noch 1,93 mit rein, falls die Frage nochmal kommt. Stimmt, eigentlich müssen wir nochmal auf die Größe eingehen. Dann können die Leute dann nachschlagen. Ich hoffe mal, Noxley kommt jetzt gleich ins TS. Ja, ich kann ja schon mal... Ich weiß sogar nicht, ob du überhaupt weißt, was ihr hier erwartet. Ach ja, hatten wir das überhaupt? Ach, er muss schnell TS downloaden. Okay. Oh, jo. Gut, ein bisschen Zeit. Vielleicht kann ich mich dann nochmal beschweren, dass mir niemand bei meinem PvP-Teil zuhört. Dormi, beschwert dich nicht. Nein, das ändert sich leider nicht automatisch nach einem Jahr. Ich werde es manuell ändern müssen, wenn wir Level abgehen. So, die Stoppuhr ist fertig. Leider gibt es noch nichts für dich, Käsechen. Wie gesagt, das ist alles per Hand eingerichtet. Ausrufezeichen Käse. Käse ist der offizielle gehtnews.de-Stalker. Müssen wir das, Raffi? Ich bin mir nicht so sicher, was die Leute mir alles im Chat für Sachen schreiben. Das ist schon recht unterhaltsam. Ja, wie gesagt, gerade auch für dich, Ad3Replay, auf dem wunderbaren YouTube-Kanal, www.youtube.com-sputtele, dem offiziellen gehtnews.kanal, da findest du Guides zum Beispiel zu jeder Karte bis auf Niffelhell, den muss ich nur nachliefern, und auch erste Guides zu PvP-Klassen findest du auf www.gatenews.de, zu PvP-Klassen, zu PvP-Bilds, so. Und wie gesagt, demnächst in den Anfänger-Videos. Ich finde das sehr gut, dass wir beide unter Gate-News schreiben hier, dass wir beide eingeloggt sind. Gerade schlecht. Ich weiß nicht, Noxchi, wie lange dauert es noch bei dir? Dann sagst du, holen wir jetzt doch Männer rein und du wirst dann beim nächsten Mal genommen. Einfach schon mal instant. Dass wir merken uns nicht. Echt? Das ist ja langweilig. Ja, einfach nur, weil wir das hier jetzt nicht unendlich in die Länge ziehen möchten, den Podcast. Ja, wir sind schon bei einer Stunde 50 Minuten. Ja, wenn er jetzt einen Holzmodem hat, dann haben wir jetzt auch nichts davon. Wir warten jetzt hier noch 20 Minuten. Kippt Wasser drauf, das leitet. Männer, unser wunderbaren, unser Quiz, wo du bis zu 5 Gold abräumen kannst. Genau, 5 Gold in einer Minute, wie es da auch steht. Genau. Ja, Mensch. Alle sind immer ein wenig verpeilt, wenn sie uns zugucken. Ich glaube, kann man den nicht krumm nehmen. Das stimmt. Wie gut, dass wir beide den selben Comment lesen und deshalb stille ist. Ja, ich wollte gerade was zu Eastwood sagen. Ich kann dich da nur auf meinen kleinen Artikel nochmal hinweisen, über den wir gerade gesprochen haben. In dem sämtliche Neuerungen seit dem Release stehen, zumindest die großen und wichtigen. Noll ist genau verwahrt, weil es wäre wenn Null gewesen. Das ist nämlich der Witz an der Sache. Da habe ich auch erst was falsch interpretiert. Ist das im Deutschen vielleicht Noll? Und ich mache jetzt, nee, nee, pass auf, ich gehe ein bisschen auf die Story ein von Kanach. Das ist ja auch vielleicht mal recht interessant. Und zwar läuft das Ganze so ab. Das Problem ist, dass das Konsortium ja viele, viele Flüchtlinge auf die Insel in der Südlich-Bucht verschleppt hat. Was heißt verschleppt? Ja, die haben ihnen eine Unterkunft angeboten. Der Dank allerdings, das muss man einfach so sagen, ist die Tatsache, dass die Leute dabei helfen müssen, diese Insel sauber zu halten. Das heißt, sich die ganze Zeit mit den lieben Kaka anlegen müssen und den anderen Tieren, die es so auf dieser wunderbaren Insel Südlich-Bucht gibt. Und eigentlich achtet das für die Flüchtlinge eher in Probleme und in Arbeit aus, als dass sie da wirklich eben eine neue Unterkunft gefunden haben. Und Kanach ist so ein kleiner Rebell und übt so ein bisschen Selbstjustiz. Er guckt sich die großen Köpfe des Konsortiums an, hier in dem Fall Subdirektor Noll, und hat vor, diesen auch zu erledigen. Eigentlich ist Kanach nämlich, Spoiler, Spoiler, das ist sowieso ein kompletter Spoiler, eigentlich ist alles Spoiler hier, gar nicht der Bösewicht. Meiner Meinung nach zumindest. Das ist so ein bisschen schwer, aber wenn man den Dialog am Ende des Story-Modes verfolgt hat, dann sagt er nämlich der gute Kanach, ich tue das einzig Richtige. Und Kiel fragt dann, was? Und er, ich tue das, was die Löwen-Gandisten nicht schaffen. Ich lege mich mit dem wahren Feind an. Der wahre Feind ist in diesem Fall dann das Konsortium und eben nicht die Karka. Und Kanach hat halt die Karka aufgehetzt, um dem Konsortium Unruhe zu bereiten, damit die Flüchtlinge wieder hier rausgezogen werden, Löwenstein gegebenenfalls dann Riegel vorstiebt vor dieser ganzen Besiedlung und so weiter und so fort. Das heißt, Kanach ist irgendwo so ein kleiner Rebell, der Selbstjustiz übt, aber eigentlich gar nicht der echte Bösewicht. Der echte Bösewicht dahinter ist Subdirektor Noll. Jetzt hat Kanach, das gab es in einem Story-Law-Teil, den man nebenbei lesen konnte, einen Golem entführt von einem Azura, dessen Namen ich gerade vergessen habe, den ich aber vorhin noch im Kopf hatte. Und lustigerweise hat er den Golem so, oder will ihn dafür nutzen, gegen Subdirektor Noll vorzugehen. Und darum hat er ihn scheinbar Subdirektor Noll getauft. Das hat mit Noll an sich gar nichts zu tun. Gut. Spoiler, Spoiler, Spoiler. So, haben wir es jetzt, oder? Nö. Keiner will 5 Gold. Männer, kommen wir kurz ins TS, dann nehmen wir dich jetzt. Ja, muss leider. Noxchi, wir werden nochmal auf dich zurückkommen, versprochen. Ja. Irgendwie müssen die 5 Gold hier raus. Richtig. Äh, 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 at3replay, du kommst genau, oder? Kamst genau falsch, denn über das, äh, Tool zum Gruppensuchen haben wir uns vorhin erst unter, äh, uh, untersprochen, unterhalten. So. Jetzt nehmen wir Männer, Männer mal hier rein. Hallihallo. No. Du wirst jetzt verwirrt sein, weil du uns doppelt hörst. Hoffentlich. Doppelt-Chronic. Aha, du hast was mitgedacht. Okay. Ähm, ja, ich erkläre dir das ganze System natürlich nochmal. Ich weiß nicht, du hast schon mal noch keinen Podcast vorher mit uns miterlebt? Kann das sein? Okay, umso besser Das Prinzip hier hinter ist ganz simpel Ich habe fünf Fragen vorbereitet die sich rund um Guild Wars 2 drehen, überwiegend um Lore zwischendurch aber auch mal Fragen so zum allgemeinen Spiel Das war ganz praktisch, dass ich mir alle deine Lore-Teile angehört habe. Ah, guck mal, sehr gut Für dich springt dabei natürlich auch was raus, für jede richtig beantwortete Frage erhältst du 50 Silber schaffst du alle fünf Fragen innerhalb dieser 60 Sekunden dann hältst du sogar 5 Gold, wir verdoppeln also die 2,5 Gold nochmal und als Special nochmal einen herzlichen Dank an Paul von games2gaming.de Ah, genau Der uns noch ein Dungeon Defender Key oben draufgelegt hat für den Fall, dass du drei der fünf Fragen richtig beantwortest Das heißt für dich ist ein Spiel drin Das klingt so, als müsste bei drei aufhören Ja, ich habe das dann Drei oder mehr Okay, schäm dich, willst du den Key dann gar nicht? Nee, brauche ich nicht Dann behalten wir uns den für nächstes Mal auf Alles klar Falls du eine Frage nicht direkt beantworten kannst sagst du einfach fix weiter, denn denk dran es gibt noch Zeit Ich lese dir die Frage dann sobald du mit den anderen durch bist wieder von oben an vor die du nicht beantwortet hast Ob deine Antwort richtig oder falsch war erfährst du erst am Ende Äh, erster hat verzählt Ja, und ich sag einmal an bei 30 Sekunden und wenn du noch 15 hast Okay Alles klar, du bist soweit, Männer Dann zählst du uns nämlich ein Okay Auf die Plätze, fertig, go Wer war zur Zeit Adelberns der Blutlinie nach eigentlich rechtmäßiger König von Ascalon? Herzog Maradin Äh, die gleichzeitige Geburt des, äh, beim Blasenbaum Äh, bei welchem Ereignis trat der Orden der Gerüchte das allererste Mal auf? Äh, weiter Wer steckt hinter dem Verrat von Shiro an seinem eigenen Volk? Äh, Abaddon Wer steckt hinter dem Angriff der Kaka auf Löwenstein? Äh, der ist hier Kilbronn Äh, bei welchem Ereignis trat der Orden der Gerüchte das erste Mal auf? Das ist mit Drachen, glaube ich Nein, das weiß ich nicht Okay Domi, dann darfst du ausmachen Echt? Ja Hättest du noch 10 jetzt? Ja, oder sag irgendwas, gib irgendwas raus Ja, bei, äh, der Ankunft der Altbrachen Okay Und Jetzt sind wir vorbei damit Sehr gut Alles klar Okay, äh, wir fangen mit Frage 1 an Äh, wer war zur Zeit Adelberns der Blutlinie nach rechtmäßiger König von Ascalon? Da hast du vollkommen recht Er hat so einen Baradin Sehr gut, das hast du auch aus dem Lortal Ich glaube noch nicht Ich glaube, ich hätte das nicht in dem Lortal gesagt, oder? Doch, doch, hast du Echt? Och Gott, ich bin so gut Äh, was soll denn mit Kate und V-Line? Die gleichzeitige Geburt ist, äh, eigentlich, ja, das ist schon in Ordnung Äh, dazu kommt natürlich dann noch der Faktor Liebe, aber die gleichzeitige Verbindung, dass sie sich gegenseitig zueinander hingezogen fühlen, weil sie halt gleichzeitig geboren wurden Ist in Ordnung Gut, das hätte ich eigentlich wissen können, stimmt Ähm, wer steckt hinter dem Verrat von Shiro an seinem Volk? Abaddon, vollkommen richtig Äh, wer steckt hinter dem Angriff der Kaka auf Löwenstein? Ja, ich hatte keine Ahnung Gold, immerhin, ne, schneller verdient man die auch in keinem Dungeon Bestimmt nicht, nein Ähm, die schicke ich dir nachher zu, wenn ich wieder online gehe und wenn der Podcast rum ist Und, ja, ich bedanke mich bei dir, äh, dafür, dass du mitgemacht hast, dich getraut hast Äh, viele Leute sind ja auch schon mit null Antworten rausgegangen, demnach, äh, sie werden sich wahrscheinlich nicht nochmal trauen, aber Versucht es, Leute, zu verlieren habt ihr nichts, nur zu gewinnen Ja gut, ihr blamiert euch vor, äh, manche Leuten, aber Naja, blamieren ist auch mal so relativ was Alles klar, Männer, ich schiebe dich wieder raus Okay, danke Ähm, noch eine Sache, worauf ich ansprechen wollte, wo wir gerade bei Viewerzahlen waren Äh, kam ich auf diese unglaubliche Podcast-Zahl Das scheint kein Bug zu sein, Domi Echt? Ich hab das in zwei Statistiken nachgeguckt Der zehnte Podcast hatte auf iTunes Oder wurde auf iTunes unglaubliche 1316 Mal angehört Woher kommt das? Hat ziemlich oft, äh, sein iTunes-Neustart Und müssten alle zwei Minuten neu auf Play gedrückt Ich weiß nicht, wie das gewertet wird Aber Holla die Weitfee 1300 Aufrufe Ist fuck, fucking viel Ja, und das nur auf, auf, äh, iTunes Ja, ja, die YouTube-Aufrufe blieben bei 180 Ja, ich sag mal im Durchschnitt Was, was auch nicht schlecht ist Nein, auf keinen Fall Aber 1300 Also entweder hatte da jemand sehr Spaß Mit, äh, fünf Stunden klicken Ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher Oder irgendjemand, äh, krasse Connections Aber sowohl halt, äh, in meiner Dingens-Statistik Als auch hier in meiner Podcaster-Statistik Ist die Zahl ziemlich groß Ja, da waren wahrscheinlich wieder die Yoda-Bots am Start Irgendwie, die ihn auch schon unser Schlagzeug wählen wollten Okay Naja Aber ein guter Hinweis Dann kann alle, die das angehört haben Äh, zu iTunes Das ist auch mal ganz lustig Ja Oder ganz wichtig Äh, wir sind ja auf iTunes vertreten mit Gild News, ähm, unserem Podcast Das heißt, falls ihr das auch über iTunes hört Oder über iTunes hören könntet Äh, nutzt das ruhig, ja Der Livestream geht auch ganz gut, äh, als Audio-Streamer Man muss natürlich sagen, klar, man verpasst so ein bisschen die Grafiken Wir haben dann und wann was eingeblendet Aber das ist meist nur so zur visuellen Unterstützung Eben Man versteht den Podcast auch, äh, in der Audio-Version Da wird zum Beispiel gern von manchen Leuten gehört Unterwegs, äh, während der Autofahrt oder sowas Fand ich ganz lustig, äh, zu wissen, wo die Leute unseren Podcast hören Es wäre da ganz lieb, wenn ihr einfach mal eine Kurzbewertung da lasst Äh, so, äh, in Form von, äh, Sternchen Und eventuell einen Kommentar dazu schreibt Weil uns das einfach in dem iTunes-Ranking ein ganzes Stück nach oben schieben würde Zur Zeit gut, wenn man gibt aus zwei Podcasts, suchst, sind wir am Platz vier Das heißt, man sieht uns schon Echt? Ich hab uns letztens nicht gefunden Ich musste Guild News nachsuchen Echt? Nö, bei mir sind wir, also der speichert sich das ja eigentlich nicht auf iTunes Also wenn du nach Guild Wars 2 Podcasts suchst, ist ganz vorne TalkTouria Ist TalkTouria dahinter, Benni in EU Dann dieses Ariad MMO oder was sich da letztens angeschrieben hat, Ariad Und da lassen wir Na gut Ja, dann, Domi, dein Part, die Abmoderation Dann sind wir wieder bei dem, äh, ja, bei dem standmäßigen Abmoderation-Kram Und da haben wir auch wieder die schöne Übersicht, ne, nicht das Ende hier, da Die schöne Übersicht von dem ganzen Social-Network-Kram und so Natürlich sollt ihr ja auf GateNews.de gehen, das ist immer eine schöne Sache Auf Facebook sind wir auch, GateNews.de, ohne einen Punkt dazwischen, einfach hinter das Facebook.com Dann at GateNews auf Twitter, bei Facebook übrigens fehlen uns jetzt, glaube ich, noch vier Leute Bis, äh, wir bei den 100 angelangt sind, oder? Ja, und damit ist leider die Mission, äh, zwölf Stunden Livestream mit Domi und mir Mission failed Nahezu bescheitert, ihr habt noch, ich weiß gar nicht, hab ich gesagt, bis mittags, glaube ich Bis morgen Mittag habt ihr Zeit Ich guck das nochmal genauer nach Ist die Frage Aber im Wort ist es jetzt spät Mittags oder Mitternacht, ja, also Wenn ihr jetzt live zuhört und noch nicht, äh, ein Like dagelassen habt Wir brauchen noch vier, dann sind wir bei 100 und dann müssen wir mal entscheiden, wie wir das machen Naja, äh, und dann wie immer Also zumindest meine ich, dass keiner sich für Google Plus interessiert Ich meine, ich muss da vielleicht nochmal irgendwie was anderes machen, weil plötzlich tauchen da so Leute auf Ja, so Geometrie-Liebhaber auf Die die Kreise mögen Die Circles Im Ernst, ich hab nicht den leisesten Schimmer, was bei Google Plus abgeht Das ist, das ist ein Mysterium für mich Naja, und dann natürlich wie immer Wenn ihr das hier gerade im Wort schaut Dann könnt ihr nächsten Donnerstag um, äh, naja, es ist ja Mittwoch jetzt Aber trotzdem, nächsten Donnerstag um 20 Uhr live auf twitch.tv slash gatenews dabei sein Und wenn ihr das hier gerade live schaut und irgendwas verpasst habt Dann geht einfach auf youtube.com slash sputtele, so wie es da steht Und, äh, dann könnt ihr euch den Wort dort nochmal anschauen Ja, und natürlich auch Wie wir gerade schon gesagt haben, iTunes Sind wir auch vorhanden Google einfach GW2 Podcast oder, äh, gatenews Tada Ja Gut, das wär's dann für die elfte Ausgabe Wir danken allen Live-Zuschauern Und allen, die sich das jetzt gerade im Wort angucken Auch wenn ihr nicht ganz so cool seid wie live Muss ich immer wieder, ihr seid cool, aber nicht ganz so Bis zum nächsten Mal Mit dem abwertenden Kommentar Das war's dann, äh, nicht ganz so ensın